So, hi Leute, Barker hier, ich hab heute Rafi dabei und nein, wir reden heute nicht über den besten One Piece Arc aller Zeiten, den David Beck Arc. Das kommt später, ich verspreche, das kommt noch auf jeden Fall. Vielleicht ist es schon gekommen, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich das ganze release. Ich wollt grad sagen, das wird so bestimmt vorher online sein. Ich wollt grad sagen, das müsste dann nach meinem nächsten Video kommen und damit bin ich schon fast durch. Aber nein, Rafi, du und ich haben uns heute getroffen, um über einen, ja, doch schon Klassiker zu reden. Auf jeden Fall einen Klassiker in der Shonen Jump, aber vielleicht sogar einen Klassiker, was dieses gesamte Medium angeht oder sogar zwei Medien, Anime und Manga. Ich will heute mit dir über Death Note reden, weil ich hab gemerkt, Alter, so in den letzten Jahren hat sich bei mir so einiges angestaut. Ähnlich wie bei Bleach, als ich diesen Bleach-Podcast rausgelassen habe und das Gefühl hatte, ich muss hier ein paar Sachen ansprechen, die ich viel zu wenig höre, weil so das ist das Problem gerade. Und du bist primär hier auf jeden Fall, um zu reflektieren, ob ich recht damit habe oder zumindest ganz streng auf die Uhr zu gucken, denn so lang soll dieser Podcast nicht gehen. Aber, Rafi, bevor ich meine Lines- und Liebesgeschichte zu Death Note offenbare, wie stehst du eigentlich zu Death Note als Franchise, so generell? Ähm, also ich denke mal, oder ich hoffe mal, einige von euch haben vielleicht meine Top-Liste gesehen, da hab ich Death Note hoch platziert. Ähm, Death Note ist bei mir schon ein bisschen länger her, aber wie du gesagt hast, Death Note ist All-Time-Classic auf jeden Fall. Also Death Note war für mich auch jahrelang der Go-To-Titel. Wenn ich einen Kollegen hatte, der nichts, der vielleicht damals Dragon Ball geschaut hat oder so, aber nichts mit Anamys anfangen kann, immer, ich hab immer gesagt zuerst, schau dir Death Note an. Danach hab ich ihn so in Vollmitte lang geführt und dann immer so ein bisschen weiter. Aber, äh, mittlerweile ist es für mich so ein bisschen der Attack on Titan-Titel, weil das für mich mehr abdeckt. Aber Death Note ist wirklich einer der legendärsten Titel, die es überhaupt gibt. Allein, dass das Ding in der schonen Jump lief und auch erfolgreich war, ist schon für die Jump ein sehr großes Achievement gewesen. Aber Death Note hat so viele Stärken, über die wir heute noch reden werden. Und Death Notes Rewatchability ist insane. Also man kann sich das Ding, also mir, ich persönlich, wenn ich, und ich hab ein paar Mal schon Death Note angeschaut, Death Note wird mir nie langweilig. Ich kann Death Note immer wieder und wieder schauen. Deswegen, wie gesagt, äh, auch heute noch, falls irgendjemand hier den Cast hört und noch nie Death Note geschaut hat, stopp machen, Death Note schauen. Weil Death Note, jeder, der mit Anime irgendwie gut umgehen kann, den das gerne schaut, der muss Death Note gesehen haben. Und das ist ein Must-Watch-Titel. Aber unter allen Must-Watch-Titeln, die es gibt, ist Death Note nochmal ein Titel, den man unbedingt, unbedingt, unbedingt geschaut haben sollte. Ich kann das nicht genug sagen. Das ist wirklich absolut legendär, der Stuff. Das ist halt auch das Ding halt irgendwie. Death Note ist halt super einsteigerfreundlich, gerade für Leute, die normalerweise nicht auf Anime stehen, weil es halt quote-unquote realistischer ist. Wenn wir das so mit typischen Show-in-Action-Serien wie Dragon Ball und One Piece vergleichen. Ähm, und das Ding ist halt, das ist auch einer dieser Anime, die hab ich mir bisher wirklich in jeder Synchro, die ich irgendwie verstehe oder ertragen kann, irgendwie gegeben. Weißt du, ich hab's auf Japanisch geguckt, ich hab's auf Deutsch geguckt, ich hab's auf Englisch geguckt. Und ich mag sogar alle Synchros. Also ich find, also von denen dreien kann ich nicht sagen, das Japanische sowieso nicht, aber von den anderen beiden würde ich auch nicht sagen, dass das Ding so eine schlechte Synchro hätte. Mhm. Und das Ding ist halt, ich versteh nicht so ganz warum, aber aus irgendeinem Grund ist es total kontrovers in der Anime-Community, irgendwie zu sagen, dass Death Note ein Meisterwerk ist. Sowohl als Anime, als auch als Manga. Und warum das Bullshit ist meiner Meinung nach, werden wir noch ergründen. Aber das Ding ist, ähm, das, was du, äh, gerade angesprochen hast, was ich halt an diesen ganzen Dingen immer schon faszinierend fand, ist, es ist ja eine Shonen Jump-Serie, ne? Mhm. Und das, ich hasse es immer, wenn ich zum, guck mal, ohne Spaß, das ist die Reizreaktion, immer wenn ich das bringe, wann immer ich sage, überleg mal, dass sowas wie Death Note in der Shonen Jump laufen konnte, krieg ich voll oft irgendwie auf Twitter oder sonst was irgendwie so Replies, wo wir, so besonders ist das gar nicht, dass Death Note in der Shonen Jump lief, guck mal, was alles so in der Shonen Jump läuft, wie zum Beispiel aktuell Chainsaw Man, ne, was ja sehr, sehr gory ist und sehr viel kontroverses Zeugs, ähm, reinbringt. Aber ich denk mir so, Digga, hast du dir mal so jemals so eine Top-50-Liste der erfolgreichsten Shonen Jump-Serie in aller Zeiten gegeben? Finde mir da mal nur einen einzigen Titel aus den letzten 30 Jahren, der auch nur ansatzweise so ähnlich wie Death Note ist. Das findest du nicht. Weißt du, du hast ja One Piece, du hast Strangball, du hast Fist of the North Star, du hast Captain Tsubasa. Was ist bitte wie Death Note in diesem Magazin jemals gewesen? Wir hatten ja diese, diese, ähm, Kenshiro-Zeit, wo jeder oder viele Hauptcharaktere halt genauso aussehen wie er. Gerade Jojo Part 1 war ja auch noch sehr inspiriert daran. Wir hatten viele, äh, auch vom Style her, ne, also das fand ich so wirklich, ähm, ich würd' sagen, spätere, äh, schon Jump-Titel haben ein bisschen mehr darauf abgezielt, etwas besonderer zu machen, die Story in eine deepere Richtung zu führen. Aber vorher war's eigentlich nur, es muss cool sein. Es muss cool sein und das war Kenshiro auf jeden Fall. Und auch, wie du gesagt hast, Chainsaw Man oder Promised Neverland, ich glaub, solche Titel wären ohne Death Note unmöglich gewesen. Weil Death Note war ja nicht einfach ein Titel, der mal daherkam, der viele, oder einige, ja, wo einige dran gefallen gefunden haben. Death Note war wirklich ein Ding, was viel geschockt hat. Und ich bin auch, deswegen kann ich auch, äh, die, die Anime-Serie Buckman empfehlen, weil man da so ein bisschen Hintergründe bekommt. Und auch, wenn's übertrieben ist, weil, ist halt ein, ähm, Manga, wo's darum geht, dass sie Manga schreiben. Aber, ähm, der Weg dorthin zu Death Note ist halt sehr interessant. Und, wie gesagt, in der Jump, zu der Zeit, es gab sowas nicht, es ist so ein Titel, dass dieser Titel mit den anderen Powerhäusern mithalten kann. Das ist, also, in der Jump, ob es sowas heute überhaupt noch so gibt, würd' ich auch gar nicht mal so sagen. Weil Death Note war schon ganz speziell. Guck mal, erstens, ähm, das natürlich, also für die Leute, die gar keine Ahnung haben, ähm, Buckman war der Manga, den das Duo, das Death Note, äh, veröffentlicht hat, als nächstes gebracht hat. Also, Buckman ist das, der, das Nachfolgewerk zu Death Note. Und, kleiner Spoiler zu Buckman, so, da läuft es ja auch irgendwie darauf hinaus, dass ein Duo aus einem Zeichner und einem Autoren eine ikonische Shonen-Jump-Serie releasen soll, die später zu einem Anime wird. Und die finale Serie in diesem Werk hat schon sehr krasse Ähnlichkeiten zu dem, was Death Note tatsächlich ist. Und, ja, also, allein schon aus der Perspektive, wie die beiden überhaupt auf diese Idee kommen, sind Death Note. Da war es ja auch so, ganz kurz, da war es ja auch so dieser Gedanke mit dem Königsweg, mit dem klassischen, äh, Hau-drauf-Titel, dass sie den gehen wollten. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich in echt so war, aber das halt zeigt auch nochmal, also, in dieser Serie Buckman zeigt nochmal das, äh, Besondere, dass sie sich dagegen entschieden haben und ihre Stärken ausgenutzt haben in dieser deepen Story wie Death Note. Ähm, dass es auch nicht so einfach war, das zu, zu schaffen. Und deswegen ist es nochmal so ein Achievement, dass so eine Serie so einen immensen Erfolg hatte. Genau, ich mein, ich glaub, äh, in, äh, Bakuman sagen die sowas wie, du kannst entweder versuchen, ein langes Meisterwerk zu kreieren, oder du kannst versuchen, einen Kultklassiker zu kreieren, der halt kürzer ist. Und Death Note war halt das Beispiel, ne, so mit so einem Augenzwinkern. Und das Ding ist, ähm, Raffi, hast du mal jemals, ähm, den One-Shot zu Death Note gelesen? Also, quasi Kapitel Zero? Es kann sein, dass ich dann mal drüber gestorben bin, aber ich hab da grad keine Erinnerung dran. Weil, weil das Ding ist ja, äh, für die Leute, die das nicht wissen, also in der Shonen Jump ist das ja normalerweise so, dass du erst einmal über einen Contest ein, ähm, One-Shot, ähm, zeichnen musst, so ein Probekapitel, damit die neuen Leser in der Shonen Jump so ein bisschen testen können, ob das gut ankommt oder nicht. Und meistens so ein halbes bis ein Jahr später, wenn die Serie gut angekommen ist, bekommst du die Chance, nochmal, ähm, in der Shonen Jump zu publizieren. Und es gibt so Werke, wie zum Beispiel Bleach und Naruto, ähm, wo Kapitel Null, also der Probe-One-Shot, gar nicht so viel anders ist, als das, was später Kapitel Eins ist. Also, es gibt da klar ein paar Unterschiede. Zum Beispiel, ich weiß noch, bei Bleach, ähm, da läuft es irgendwie darauf hinaus, ähm, dass das Pilot-Kapitel das ist, wo Ichigo, Orihime, äh, und ihren Bruder da die ganze Nummer irgendwie klärt. Und die ganze Sache ist sehr viel düsterer, als es dann tatsächlich im Original ist. Aber es ist super ähnlich. Die Figuren sehen gleich aus, sie haben auch mehr oder weniger dieselben Namen und, und, und. Das Ding ist, bei Death Note, da war es komplett unterschiedlich, weißt du? Der Protagonist erst mal war so ein typischer Shonen Jump-Protagonist, so ein Junge in der Schule, der nicht besonders beliebt ist, auch so ein bisschen Yugi-Mutu-mäßig ein bisschen schmächtiger, aber ein Good Boy, ein wirklicher, wirklicher Good Boy, weißt du? Und der bekommt halt dann irgendwann dieses Death Note und er benutzt das fälschlicherweise zunächst als so eine Art Tagebuch und findet dann nachher heraus, dass die Namen, die ja da eingetragen sind, alle gestorben sind, ne? Oha, das ist ja richtig diep. Ja, ja, und dann erscheint ihm Ryuk und Ryuk sieht, glaube ich, genauso aus, wie er auch dann im Original in der Serie aussieht. Und, ähm, der kommt halt zu dem Jungen und sagt so, hey, das ist das Death Note, dies sind die Regeln und so weiter und er gibt dem Jungen die Wahl, hey, möchtest du das Ding nicht benutzen, um dich an all den Typen, die dich mobben und so weiter zu rächen? Und unser Good Boy-Protagonist sagt, nein, ich möchte das nicht, bitte sag mir, wie ich diese Leute wieder zum Leben erwecken kann. Und Ryuk gibt dem Jungen ein magisches Radiergummi, mit dem er die Namen ausradieren kann und aus dem Death Note, die Leute kommen wieder zum Leben zurück. Und dann entschließt er sich, das Death Note nicht weiter zu benutzen, gibt es Ryuk in die Hand und Ryuk verzieht sich. Und das ist seinerzeit halt so gut angekommen, dass die Leute gesagt haben, hey, wir wollen mehr davon. Und wenn du das weißt, wie dieses Kapitel 0 war und dann vergleichst, wie die Serie danach ist, nämlich, dass der Protagonist der Bösewicht dieser Serie ist, muss ich sagen, das ist eine der größten, keine Ahnung, Gaunereien, die ich jemals erlebt habe. Imagine, wir hätten dieses Radiergummi in der Serie gehabt, das ist so weird gewesen. Aber ja, ich weiß, was du meinst, es ist halt auch wieder so ein bisschen gegen den Schonen-Jump-Weg gehen mit eben dem Charakter, der eigentlich nicht so ziemlich der Held der Geschichte ist. Das ist auch später ganz interessant mit Nier und Light, dass sie sich doch irgendwo ähnlich sind, nur, also es ist ja sowieso mit das größte Team in Death Note, dass jeder so seinen eigenen Gerechtigkeitsweg hat, aber das ist ja die Magie von Death Note auch, dass man erstmal Light hat, der nicht böse ist wirklich, aber sich nicht wirklich um vieles schert, bis er das Death Note bekommt und dann sieht man halt langsam, wie er so einen gewissen Komplex entwickelt, wie er aber trotzdem noch an seiner Familie anhält. Das ist, wie ich finde, immer noch eine sehr interessante Sache gewesen bei Death Note als Serie, aber auch als Jump-Titel und wie gesagt, auch Retro-Perspektiv, wenn man die Serie nochmal schaut, finde ich es immer sehr spannend zu sehen, wie Light bei den verschiedenen Situationen sich benimmt. Das Ding ist, was Light angeht, also Leute, falls ihr ja bis jetzt nicht wisst, was die Grundprämisse von Death Note ist, bitte guckt Death Note, weil ich will nicht alles erklären müssen, aber das Interessante bei Death Note ist irgendwie bei Light, dass ich davon sprechen würde, dass du in der Serie eigentlich drei Versionen von Light hast. Du hast Light in Folge 1, der das Death Note findet und tatsächlich noch dieser Good Boy ist, der aber so typisch Edge-Lord-Teenager-mäßig Größenwahn hat, ne? Von wegen, er sagt ja schon direkt in Folge 1, ich will der Gott einer neuen Welt sein und welcher Typ mit einem reinen Herzen sagt das, weißt du? Deswegen, ich würde niemals sagen, Light war von Anfang an eine gute Person, weißt du? Er wurde sehr schnell korrumpiert, aber ich würde sagen, der Light in Episode 1 ist komplett anders als der Light, der nach Episode 2 auf die Bildfläche tritt, nämlich nachdem er seinen Rivalen LL bekommt, was ja eine der wirklich legendärsten Anime-Sequenzen überhaupt ist, wenn sie dieses erste Duell über den Fernseher haben, der Light verarscht und so weiter und Light das erste Mal in seinem Leben da den Wunsch entwickelt, ich will jemanden töten, der mir nur auf den Sack geht, weißt du? Und das finde ich total interessant, wie diese Manga-Serie generell mit dem Motiv des Korrumpierens arbeitet, weil viele Leute entwickeln ja schnell, natürlich zwangsläufig wegen der Struktur der Serie, nach Folge 2 so dieses Lagerdenken von wegen, entweder bist du Team Light oder du bist Team L, so, weißt du? Und die kommen halt damit, dass Light halt von Anfang an dieser Bösewicht ist, dieser Edge-Lord, der größtenwahnsinnig geworden ist und der nicht checkt, dass er eigentlich die bösen Sachen tut, dies, das und so, ne? Aber ich finde, was immer voll untergeht, weil Ryuk in dieser Serie so passiv ist, dass der wirklich bösartige, korrumpierende Einfluss des Death Notes hier immer so total so unter der Tisch, äh, so Ladentheke durchgeht, weißt du? Weil die Leute checken nicht, dass du wirklich so einen Todesgott die ganze Zeit in seinem Rücken hast, der diesen jungen Teenager in allem, was er tut, bestärkt, weil er sagt, ha, das ist lustig, töte mal so viele Leute, weißt du? Und ich finde es halt total interessant, wie diese Komponente, dass ein eigentlich unschuldiges Kind hier mehr und mehr korrupt wird durch einen Teufel sozusagen, wirklich. Ich wollte gerade sagen, Team Light oder Team L, ich war eigentlich immer Team Ryuk, weil der heißt immer sympathisch ist. Aber tatsächlich, das habe ich mir vor dem Cast auch gesagt, weil ich mir noch ein paar Stellen angeschaut hatte, diese eine Stelle, wo Light mit der Frau von Ray Pember geredet hat, Naomi hieß, glaube ich, da muss man sich auch mal vorstellen, das ist halt voll die Intense-Situation, weil Light halt versucht hat, den Namen rauszubekommen, dass es halt nicht geklappt hat und dann doch und also Light versucht, seine Miene zu warnen, dass er halt beim L-Squad dabei ist, dass er einer von den Guten ist und in seinem Rücken lacht sich Ryuk die ganze Zeit einen ab und er bleibt trotzdem so ruhig und kein weiterer. Das fand ich immer richtig geil, aber wie du sagst, Ryuk hat so einen geilen Touch in dieser Serie, weil wir nehmen ihn eigentlich immer nur als diesen lustigen Shinigami wahr, der halt dieses Ding mit den Äpfeln hat, das ist das größte Meme in Death Note gefühlt und darf man nicht vergessen, der Typ saß da die ganze Zeit, hat ihn bestärkt und es ist halt auch die Sache. Wie gesagt, Light ist nicht unbedingt an sich vielleicht in Folge 1 eine böse Person gewesen oder eine gute Person gewesen, aber man kann es vielleicht ein bisschen so sagen, Light ist ein Mensch, der die Möglichkeit bekommen hat, also das Death Note halt bekommen hat und dadurch eventuell sein wahres Gesicht gezeigt hat, beziehungsweise Ryuk hat das verstärkt angetrieben, weil wie gesagt, mit wem hat der Light in Wirte Kontakt gehabt? Mit so ziemlich niemandem, der war ja so ein Einzelgänger und wenn du dann so eine Macht hast, dann denkst du ja, oder einige Personen können dann denken, dass sie etwas Besonderes sind, was Light in dem Fall ja getan hat. Und dann hast du halt Ryuk, der die ganze Zeit da nicht mal so aktiv, sag ich mal, dass er halt da ihn umringend drauf getrieben hat, dass er das macht, aber immer so passiv, so leise, so ein bisschen, dass er vorangetrieben hat, das war schon echt richtig geil gemacht mit Ryuk, weil halt für den Zuschauer immer dieser lustige Typ war, aber vielleicht doch so einen gewissen Einfluss gehabt hatte, den man nicht unterschätzen sollte. Das ist halt wirklich, ich finde das immer faszinierend, wie wenig Leute mal darüber sprechen halt wirklich, dass Ryuk wirklich buchstäblich dieser Teufel ist, weißt du, der dieses Kind eigentlich auch schon verführt. Also er lässt ja das Death Note mit Absicht da auf der Schule fallen. Ich weiß nicht, ob der Ort jetzt bewusst ausgewählt war, aber er sagt ja, dass ihm langweilig war und er deswegen das Death Note hat fallen lassen. Und du weißt einfach, dass Light von Natur aus eigentlich gar kein böses Kind oder wirklich so ein Amokläuferkind gewesen ist, weil wir später ja noch diesen Ark haben, wo er das Death Note aufgibt und dann wieder ein Good Boy wird. Und du weißt halt, hey, das ist der Light, wie er eigentlich vor Folge 1 auch wirklich tatsächlich gewesen ist und das ist ein guter Mensch. Und die Tatsache, dass wirklich so ein Typ wie Ryuk einfach nur so ihm eine Mordwaffe hinhalten muss, das ist eigentlich total interessant aus einer moralischen Perspektive. Was ist Bedarf, um manche Menschen zu korrumpieren? Weil ich habe voll oft so als Kritik von Leuten gehört, dass Death Note einfach nur so die Machtfantasie von pubertierenden 16-Jährigen sind, die einfach nur alle ihre Gegner töten wollen und so weiter und dass das voll so auf Edge los ist. Aber ich denke mir halt bei Death Note immer diese Grundidee von wegen, ich töte nur das, was ich als böse erachte, um eine schöne Welt zu kreieren. Ich sage nicht, dass man Menschen töten sollte, aber das ist ja so ein Motiv, das auch schon in anderer Literatur und Filmen so total beliebt war. Wenn du dir halt so andere Kultfilme oder Kultregisseure anguckst, ich meine, hast du Dingens gesehen? Boondock Saints, der blutige Fahrt Gottes. Bro, nee, leider nicht. Das ist halt auch so ein Film, wo es auf dasselbe hinausläuft, die Protagonisten sind Killer, aber sie töten nur böse Leute und so weiter. Und deswegen wird dieser Film immer so von Teenager-Jungen so zitiert, wie cool und was für Helden das eigentlich sind und so weiter. Und auch wenn du dir halt so Filme von Tarantino reinziehst, da hast du ja auch immer diesen Zwiespalt aus korrupten Figuren, er hat ja meistens so Gangster als so Protagonisten, aber die trotzdem immer sich ehrenvoll verhalten, weißt du, die keine Unschuldigen töten oder wenn sie halt Gangster töten, dann nur aus Notwehr und so weiter. Und dass deswegen so ein Kult um diese Figuren entsteht, weil du dir denkst, hey, es gibt nicht sowas wie einen perfekten Menschen, aber wenn du schon ein Gangster bist, dann wäre wenigstens einer mit Prinzipien. Und das ist halt Light auch, weißt du, er ist im Grunde so ein Tarantino-Protagonist. Er macht zwar böse Dinge, aber, und er hat coole Dialoge, aber du kannst es moralisch gesehen nachvollziehen, weil das sagt er auch in Folge 2 so, dieses Beispiel mit, wenn du in der Schulklasse fragen würdest, darf man böse Menschen töten, würde jeder Nein sagen, aber im Internet sagen sie ihre Wahrheit. Und das ist so ein Ding, da muss man auch, ich glaube, Zugemi Ober ist der Schreiber dieser Serie, da muss man den Typen auch loben. Und Death Note ist, glaube ich, 2004 oder 2005 schon in Jump gestartet. Und da war das Internet ja noch so ein bisschen in seinen Kinderschuhen, also nicht so krass wie in den 90ern, aber es war noch nicht mehr ansatzweise so krass wie heutzutage mit Social Media und so. Und Foren sahen halt wirklich schon, wirklich archaisch aus und so. Aber ey, Death Note, also wenn du nicht wüsstest, dass diese Serie 2006 oder so stattfindet wegen den Handys und so, das könntest du eins zu eins heute noch bringen, weil die bei Menschen sich leider nicht gebessert haben, sogar eher verschlimmert haben. Oh, stell dir mal, stell dir mal 2020 Twitter vor mit Death Note, was everything läuft. Digga, also. Das ist richtig schlimm. Death Note mit Instagram, wo du halt die Leute ihr Gesicht sehen kannst, ne? Oh ja, ey, rip. Das wäre natürlich was ganz anderes. Ja, aber diese menschliche Komponente ist, ich sehe das tatsächlich genauso wie du. Ich verstehe den Punkt mit dem, dass es so dieser Gedanke ist von einem pubertierenden Kind, dieses ich töte, ich töte jetzt alle. Aber Death Note spielt ja halt darauf an, dass man zeigt, was aus einem Menschen werden kann, wenn er die nötigen Mittel hat. Deswegen, also auch das Beispiel von dir eben mit klassisch Mafia. Man hat ja meistens bei Mafia-Filmen oder Mafia-Serien immer irgendwie einen Charakter, der nach einem gewissen Kodex handelt. Dass er jetzt nicht irgendwie einen seiner Partner sofort umbringen würde, auch wenn er irgendwie was gemacht hat, was ihm nicht gefällt oder so. Oder Figuren wie Pain aus Naruto, dass sie auch quasi in ihrem Sinne gut handeln, aber trotzdem Menschen umbringen. Das ist halt so dieses Interessante bei Death Note. Und das wird mit Leid immer mehr gezeigt, das ist auch der Punkt, den ich eben angesprochen habe, mit dem, er bringt Leute um, aber nicht alle, nur diejenigen, die in seinem Kopf schlecht sind. Und sobald es darum geht, dass seine Familie irgendwie involviert ist, ist er ganz anders drauf. Man hat zum Beispiel diese Szene später, wo, ich glaube Melo war das, seine Schwester irgendwie gefangen genommen hatte. Und da war das mal wieder so eine Szene, wo Leid richtig, richtig geschwitzt hat. Wo er wirklich richtig, richtig sauer war und nicht wusste, was er in dieser Situation tun sollte. Und diesen Leid hatten wir in den Zeiten der Serie lange nicht mehr gehabt. So. Und bei dieser Situation war es dann wieder so. Und das verknüpft sich auch perfekt mit dem Ende von Death Note, wie man auch am Ende sieht, dass er komplett zusammenbricht. Und, äh, dass Ryuk eigentlich, wie gesagt, quasi der Antagonist der Serie am Ende ist und das Ende bereitet. Also, das muss man auch mal wirklich dazu sagen, dass es, dass Death Note eine Serie ist, die es so interessant gestaltet hat, dass wir eine Hauptfigur haben, die der Gegner ist. Wir El haben, der sowas wie ein Held sein könnte in einer gewissen Art und Weise. Aber jemand ist, der im Mittelteil der Serie stirbt und wir trotzdem diesen Verlauf weiter sehen, dass wir Leid weiter verfolgen und wir so ein Ende bekommen. Das hat man eigentlich nicht oft gesehen. Und wenn man das als großes Ganzes immer wieder betrachtet, ist es wirklich schon extrem, was Death Note für verschiedene Emotionen und Sachen in der Serie angesprochen hat. Sag mal, bevor wir jetzt wirklich auf die drei Parts dieser Serie so eingehen, wenn du von dem Anime, du hast ja primär den Anime so wahrgenommen als den Manga, ne? Ja. Ähm, was würdest du denn eigentlich sagen, so Anime-technisch, ähm, ist das so eine Serie, die abgesehen von Inhalt, so auch optisch und vom Sound her heutzutage mithalten kann? Würdest du sagen, das ist noch vorzeigbar oder sagst du, ähm, in gewissen Hinsichten ist das vielleicht ein bisschen veraltet? Tatsächlich, nein. Also, ich finde, ich finde, das ist immer noch vorzeigbar, weil Death Note ist gerade auch ein Titel, der jetzt nicht so viel Wert auf Bewegung legt. Also, man hat ja nicht solche krassen Impact-Fights, würde ich sagen. Äh, aber trotzdem so Szenen wie, wie Light, wenn er irgendwie jemand ins Death Note schreibt und man diese Überanimation von diesem Kugelschreiber hat, das bockt einfach. Also, ich glaube, Death Note, man kann's immer noch heute sehr gut schauen, weil es halt auch wirklich um die Dialoge in der Serie geht und der Soundtrack von Death Note ist something magical. Also, Death Note Soundtrack ... Ja, du musst es auch sagen, 50 Prozent deines Kanals ist gesponsert von dem Soundtrack. Ich sag's dir, es ist so geil, dieses Soundtrack. Allein das L-Team ist natürlich legendär, aber das Nier-Team, was so ein bisschen anders ist, unfassbar. Diese, diese göttlichen OSTs, wenn man so zeigt, wie Light irgendjemanden fertig macht, das war so absolut insane. Deswegen hoffe ich auch, dass wir vielleicht mal eine Adaption bekommen von der One-Shot, der letztes oder dieses Jahr rausgekommen ist. Ach ja. Weil, dass der Soundtrack zurückkehrt, wäre auf jeden Fall richtig nice. Aber, wie gesagt, ich finde auch heute, kann man sich das auf jeden Fall noch anschauen. Ich hab, Mann, ich hab Death Note damals ... Ey, das ist so lange her. Ich hab Death Note damals auf der Wii U geschaut, weil bei der Wii U, pass auf, bei der Wii U, die hatten ja dieses eklige Gamepad, ne? Ja, ja. Aber das Geile war, ich hatte ja keinen Lappy gehabt oder so, oder einen PC. Deswegen, wenn ich im Bett war, hab ich einfach über die Wii U im Internet auf, ähm, auf gewissen Seiten Death Note angeschaut, auf diesem Pad, und das war das Geilste überhaupt. Also, ich weiß nicht, wenn ihr heute auf Fullscreen Death Note schauen könnt, ist es, glaube ich, äh, eine bessere Erfahrung, als ich das damals hatte. Aber ich finde, Death Note kann man heutzutage immer noch auf jeden Fall anschauen. Wenn es jetzt, ähm, ein Titel wäre, wo es um Kämpfen geht oder so, könnte es vielleicht sein, dass er nicht mehr so up-to-date ist, aber Death Note, absolut, kann man sich heute noch geben. Äh, erst mal bin ich, äh, sehr froh, auf einen weiteren Überlebenden zu treffen, der ebenfalls eine Wii U hatte, ich dachte, die richtige Menschen in Deutschland. Ähm, ey, Dings, ne, ähm, ich hab damals, äh, als Death Note halt lief, wann war das 2006 oder so, 2007, ähm, ich weiß noch, ähm, dass ich halt damals die ersten fünf Folgen, als die schon raus waren, hintereinander gebinget habe. Ich habe, äh, diese Earring-Match, ich hab das 2013 oder so geschaut. Ja, ja, und ich war, ich war so hyped, dass ich dann auf dem Manga geswitcht bin, und das Ding ist halt, der Manga sieht halt überragend aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Der ist ja von Takeshi Ioba gezeichnet, und ich würde auch sagen, äh, ich glaub, der Typ hat insgesamt, äh, mit, ähm, Tsugumi Oma sowieso, Ooba, ähm, zwei weitere Serien gemacht, nämlich Bakuman und Platinum End, äh, aber der hat auch für andere Leute, äh, was geschrieben und teilweise auch selber One-Shots rausgehauen, aber ich würde sagen, Death Note ist wirklich zeichnerisch das Beste, was der Typ jemals gezeichnet hat, also diese ganze Gothic-Ästhetik mit den Shinigami und Misa, wenn sie später dazukommt, das ist göttlich. Und das ist halt auch krass, ey, ich find's immer komisch, wenn Leute sagen, ähm, dass Bakuman die logische Weiterentwicklung von Death Note wäre. Ey, Bakuman und Death Note, wenn du die Manga mit einer vergleichst, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Weißt du, der, die ersten zwei, drei Kapitel von Bakuman haben noch diesen Death Note-Stil, aber irgendwann driftet Bakuman halt wirklich in diese Stilrichtung ab, die genauso wie beim Anime aussieht und beim Anime würdest du halt auch nicht denken, dass das vom Death Note-Typen so ist, ne? Naja, klar, du hast halt diese klassischen, ähm, Anime-Drawings, diese Anime-Jokes, die du dann Bakuman besser drin hast. Ich glaub, das ist halt auch der Sinn dahinter gewesen, damit du halt einen krassen Kontrast, ähm, zwischen den eigentlichen Hauptfiguren hast und den Anime und Manga, die sie halt innerhalb der Serie produzieren, weißt du, weil der ursprüngliche Zeichenstil von dem Typen ist halt zu realistisch oder zu detailliert, als dass du von da noch irgendwie abweichen könntest. Aber worauf ich hinaus wollte, Raffi, nachdem ich fünf Folgen des Anime gesehen habe, dann zum Manga geswitcht habe, hab ich gesagt, weißt du was, Alter, ich hab jetzt ein bisschen was vom Manga gespoilert, aber das Ende noch nicht, ich zieh mir das als Anime rein. Ich will einfach das erst als Anime reinziehen, bevor ich mir das Ganze nochmal als Manga danach gebe, weil tatsächlich, darüber werden wir auch gleich reden, das Manga Ende ist komplett an was als das vom Anime. Ähm, Digga, guck mal, ich bin gerade, äh, ich bin in den Sommerferien und ich bin mit meinen Eltern in der Türkei und ich bin mit meinem Onkel und er hat das schlechteste Internet, das du dir vorstellen kannst, okay? Ultra, ultra schlecht und es sind die Wochen, wo die letzten zwei Folgen von Death Note laufen, okay? Folge 36 und Folge 37. Und ungelogen, für diese 20-Minuten-Folgen jeweils, ne, muss ich den Computer oder den Player auf dieser komischen, illegalen Seite, die ich damals dafür nutzen musste, weil Death Note nicht so eine Seite, äh, Serie war, die von jedem damals gesuppt wurde. Ich musste das Ding drei Stunden lang puffern lassen, damit ich die Folge am Stück gucken kann. Keine Sorge, da war ich auch schon. Hunter, Hunter, Folge 131, zwei Stunden vorgeladen, beste Experience meines Lebens. Boah, Alter. Und vor allem, wenn du halt weißt, Folge 36 hört halt mit so einem krassen Cliffhanger auf, ne, da wo Mikami die Zeit abzählt und so weiter. Und dann musst du nicht nur eine Woche warten, sondern du musst eine Woche und drei Stunden warten, damit du diese Folge sehen kannst. Das war, das war brutal, brutal, brutal. Aber, äh, Raffi, jetzt mal so kurz inhaltlich. Also, ich würde das Ganze so in drei Drittel aufteilen, nämlich der, der Start der Serie, L gegen Light, das, was Leute immer so als ikonisch bezeichnen. Das zweite Drittel wäre dann da, wo Light, äh, sein Gedächtnis verliert und dieser ganze Jotsuba-Arc anfängt. Und der dritte Teil ist dann halt alles, was nach Ls Tod ist, also der Nier- und Mellow-Teil. Und Leute kritisieren ja sehr häufig, dass nicht nur, ähm, Death Note ab dem Timeskip mit Nier und Mellow so an Pace und Qualität verliert, sondern vielen Leuten passt schon das Jotsuba-Ding, äh, eigentlich von der eigentlichen Qualität nicht, weil sie das vorher so stark fanden. Ähm, war das für dich auch ein krasses Gefälle damals? Oder sagst du halt, ey, dieser ganze Durchgang, alles, wo L irgendwie involviert ist, das ist ein geiler Trip. Also, wie stehst du eigentlich dazu? Ja, ich würde schon eher, äh, da mein, da mein Standing haben, dass ich sagen würde, dass, äh, also, äh, diese Tension zwischen Light und, äh, L-Wild so gewaltig, dass man auch, dass man das vermutlich mehr mochte. Und ich dachte auch eigentlich, dass die Serie zu Ende geht mit dem, dass einer der beiden sterben wird und nicht, dass die Serie danach noch weitergeht, wenn einer der beiden quasi verloren hat. Äh, aber ja, ich denke, das ist die, die meiste Meinung der Fans. Ich, ich kann damit auch mitgehen. Ich war früher ein bisschen mehr nach dem Motto, die zweite Hälfte von Death Note ist viel, viel schlechter als die erste. Sehe ich mittlerweile nicht mehr so, weil ich finde, die zweite Hälfte hat auch interessante Sachen gemacht. Ähm, aber, ja, wie gesagt, man hat halt diese unglaubliche Spannung zwischen Light und L. Ich glaube, das konnte in Death Note dann nicht mehr so ersetzt werden. Und ich glaube, woran sich, woran sich viele Leute wahrscheinlich auch stören werden, ist halt dieses Melonier-Ding, das kommuniziert wird, dass die beiden L surpassen können. Ich glaube, das tut vielen Fans weh, wenn sie das hören. Obwohl der, obwohl die Serie das vielleicht wenig anders aufbauen wollte mit diesem, mit diesem Near-Mellow-Ding. Äh, aber ja, L an sich war ja auch schon so ein iconic Charakter, wie er sich benommen hat und auf was für Dinge er gekommen ist. Allein in Folge 2, dass er halt das so schön ausgemerzt hat, dass Light, also eigentlich vom Prinzip her, aber Light ein Übergott, der nicht irgendwie angekratzt werden konnte, aber L hat einfach in Folge 2 in eine absolute Ecke gedrängt. Und was ich immer noch an Death Note, was man sich wirklich mal vor Augen halten muss, was ich an Death Note immer noch am geilsten finde, ihr müsst euch vorstellen, es ist zwar übernatürlich, dass irgendwie Leute sterben, aber du würdest ja nicht sofort schließen können oder dir erschließen können, hey, da ist ein Shinigami am Start. Aber L ist so krass, dass er auf diese Conclusion kommt, hey, hier sind Shinigami im Spiel und das finde ich einfach so geil, besonders bei einer Serie wie Death Note, die eben so realistisch ist. Das ist halt, du denkst dir die ganze Zeit, es ist unmöglich, dass Light gefangen werden kann, das geht gar nicht. Weißt du, sofern er dich irgendwie irgendwo draußen rumforsagt, dass er dieser Kira ist, kannst du den Typ nicht finden. Du weißt doch gar nicht mal, wo du auf dem Planeten suchen sollst, weißt du? Und der sagt so, ja okay, weißt du was, wir werden einfach diese Ansage überall auf der Welt machen, weißt du, Region für Region und wir gucken einfach, wo jemand reagiert. Allein schon die Idee, Alter, wie krass das einfach ist. Wahnsinn. Was heute auch nicht mehr funktionieren würde wegen Internet. Meinst du? War das so, dass er in einzelnen Ländern, obwohl er hat er nicht ... Ja, 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 genau. In einzelnen Ländern und innerhalb von Japan wollte er es auch in einzelnen Regionen machen. Das heißt, er hätte sogar ... Hat er da angefangen, bei Lights Region? War das so? Ja, genau. Da hat er angefangen, weil da der erste Tod war, den er noch so als Versuchskaninchen halt benutzt hat, ne? Dieser Typ, der im Kindergarten irgendwie geheiligt hat oder so. Das hätte Light auch mal schlauer playen können, dass er irgendwo den ersten Tod ... Wobei, man kann das auch nicht so gut zurückverfolgen. Ja, ich bin sowieso viel zu doof für Death Note. Diese Gedankengänge von diesen Charakteren unmöglich nachzuvollziehen. Ich meine, man muss halt auch sagen, natürlich ist Al irgendwie so unrealistisch klug. Also, er ist halt schon ein bisschen krasser als Detektiv Con, wenn man ganz ehrlich ist. Oder als dieser Typ aus Liar Game. Er ist irgendwie die Kombination aus beiden, wenn ich so darüber nachdenke. Aber das Ding ist ja, es hat zwar einen Grund, warum der Typ so cool war. Also, abgesehen von seinem aus irgendeinem Grund ikonischen Aussehen, weißt du, dieses weiße Shirt und blaue Jeans, was danach überall gecosplayt wurde. Das ist schon mal geil. Und natürlich diese ganzen Quirks, die er so in seinem Verhalten hat. Wie Affe rumsitzen und so weiter und der ganze Zuckerschock, dies, das. Aber das ist halt irgendwie auch das Coole, dass diese beiden, also Light und Al, schon ab Folge 2, also relativ am Anfang der Serie, als so Antithese zueinander aufgebaut werden. Weil es sind ja auch später die zwei, die die perfekte Uninote bekommen für die Anfangszeremonie und so weiter. Und es ist halt offensichtlich, der eine heißt Light, der andere heißt Al, weißt du, fängt auch mit L an. Der eine hat irgendwie helle Haare, der andere hat dunkle Haare, der eine sieht wunderschön aus für Anime-Standards, der andere sieht halt wie so ein Zombie aus. Und es ist halt super offensichtlich, dass die beiden so Gegensätze, Rivalen sein sollen. Und ich glaube, die Tatsache, dass diese Rivalität halt schon so früh in Folge 2 anfängt, ist auch der Grund, warum Leute halt auf Alts Tod später überhaupt nicht klarkommen. Weil die Serie halt narrativ die ganze Zeit auf diesen Zweikampf hinausläuft. Und dann heißt es, ja okay, nach diesem Zweikampf gibt es aber noch die Endrunde. Und du denkst dir so, wer kommt denn jetzt nochmal gefeatured dazu, weißt du? Das war dieses coole Team bei Defnaut. Gut, Al hatte vielleicht eine gewisse Art von Gerechtigkeit. Wir sehen ja auch, dass er zu den Leuten in seiner Einheit eigentlich ziemlich korrekt war, so für Al-Standard kann man sagen. Aber es war halt dieses Ding, dieses Ding, dass beide Charaktere, Al und Light, die wollten einfach nicht verlieren. Es ging nicht direkt um den Sieg, auch wenn ich das dumm anhört, es ging nicht direkt um den Sieg, die beiden wollten einfach nicht verlieren. Und das hat, glaube ich, diese Dynamik zwischen den Charakteren. Also, ich war der festen Überzeugung, habe ich eben auch gesagt, ich war der festen Überzeugung und Defnaut kann nicht zu Ende gehen mit irgendwas anderem. Es wird entweder so sein, Light verliert oder L verliert. Aber die ganze Serie wird so diesen Run haben. Und ich kann mir gar nicht ausmalen, wie krank dieses Kapitze oder dieser Kapitze-Release gewesen sein muss, wo L einfach, weiß ich nicht, weg war vom Fenster. Das muss ja absolut insane gewesen sein. Also, beim Anime erinnere ich mich noch, dass das Internet gebrannt hat in den Kommentaren. Also, keiner konnte das glauben. Und alle dachten so, der spielt nur den Toten, wie auch immer das funktionieren soll. Einfach heftig. Das Ding ist auch, das, was du gesagt hast, diese Rivalität zwischen den beiden, Das ist auch letztendlich der Grund, glaube ich, warum dieses Ding überhaupt in der Schonendjump laufen konnte. Weil das ist wirklich Schonendjump-Bullshit. Weil so diese Rivalität zwischen den beiden das sich gegenseitig übertreffen will. Weil es ist halt so wirklich merkwürdig, wie lange es gedauert hat, bis so andere Serien wie Death Note, wie zum Beispiel The Promised Neverland aktuell, überhaupt in der Schonendjump laufen konnten. Weil das Ding ist ja, nachdem Death Note zu Ende war, gab es nicht diese Sintflut von Death Note-Kopien in der Schonendjump, sondern es gab weiterhin die Leute, die versucht haben, auf One Piece und so weiter zu machen, weißt du? Weil du es heutzutage halt so hast, weißt du, es geht so eine Serie zu Ende und du findest direkt die Klone dahinter, weißt du? Du findest sofort das neue Haikyuu, du findest sofort das neue Gintama, was den Humor angeht und so weiter. Aber Death Note hatte keinen richtigen Nachfolger. Ich bin echt, was heißt gespannt? Gespannt kann ich nicht sein, weil wir es nie erfahren werden. Aber es ist schon ein interessanter Gedanke, wie viele Serien es wohl gab, die sich der Vorstand von Schonendjump angeschaut hat, die ähnlich waren zu Death Note, die aber nie das Licht der Welt erblickt haben. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da einige gegeben hat, aber es ist halt wirklich sehr, sehr schwer, so eine Serie zu schreiben. Weil gerade bei Death Note, guck mal, das Ding bei Death Note ist, du kannst ja nicht anfangen und dann irgendwann deinen Weg finden. Weil das ist bei Schonendjump super oft so. Bleach hat den Anfang mit irgendwelchen komischen Holo-Monster, die mich null jucken und später ist das so ein Ding mit den Shinigamis, was absolut cool ist. Oder auch Black Clover, wie gesagt, ich stand dabei, den Anfang mag ich immer noch nicht, ich finde den Anfang absolut lame, aber was die Serie dann später macht, ist viel, viel besser. Mahiro das Gleiche. Der Anfang ist nicht wirklich so berauschen, obwohl es schon besser ist, aber später wird es, oder aktuell wird es dann ganz, ganz anders. Deshalb die Sache, oder die Magie der Schonendjump. Du hast eine Serie, irgendwas passiert, Jojo Bass als Beispiel übrigens, du hast eine Serie, irgendwas passiert und dann entwickelt sich die Serie immer weiter, also so je nachdem, was der Autor macht. Acker, hier, Busager, kann man auch mal reinschmeißen, was das da geht. Aber Death Note, du musst ja ansatzweise wissen, wie du das Ding anfängst und wie du das weiter treibst. Ich sag jetzt nicht, dass er alles vorher geplant hat, aber du brauchst eine Struktur, um back to back, week for week, diese Chapter zu droppen und interessant zu gestalten. Weil Cliffhanger bei Death Note oder allgemein so kleine Arcs in Death Note sind viel, viel schwieriger oder anders zu gestalten, als bei so schonen Kampfserien so rum. Deswegen, wie gesagt, Death Note zu kopieren an sich ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig. Einen schlechten Death Note-Clone zu erschaffen ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig. Deswegen fand ich, ganz kurz, deswegen bin ich auch so ein Fan von Propos Neverland, weil Propos Neverland was ganz anderes ist, aber ich hab schon ein bisschen so die Vibes davon ab und zu bei der Serie. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und überleg mal, wie absurd es ist, dass eine erfolgreiche, nicht eine abgesetzte, eine erfolgreiche Shonen Jump-Serie 110 Kapitel hat. Ja. Wie wenig das eigentlich ist. Das ist so absurd und allein die Länge macht mir halt klar, die haben mindestens 90 Prozent dieser Serie geplant. Also, ich glaub nicht, dass da so viel Varianz oder spontanes Umdenken vorgeherrscht hat. Weil keiner kann mir erzählen, dass die nicht von Anfang an geplant haben, L relativ früh umzulegen. Weil so eine Nummer wie Mello und mir, das bringst du nicht spontan. Aber ich glaub, das hat so ein bisschen andere Gründe, warum die so ein bisschen weniger gut angekommen sind. Und ich glaub, ein Hauptgrund ist auf jeden Fall, dass einfach L als Figur einfach so krass war. Weil du willst halt nicht, weißt du, keine Ahnung. Stell dir mal vor, Dragon Ball beginnt direkt mit Vegeta, weißt du, dann kannst du dich wieder zurück zu Yamchu gehen, das funktioniert nicht. Ich meine, es gibt Dragon Ball Sai. Achso, ja, stimmt. Aber abgesehen davon, ich meine, ich glaub, wir müssen nicht großartig diskutieren, wie geil diese ganzen Katz-und-Maus-Spielchen, diese psychologischen zwischen L und Light sind. Du willst ja auch sagen, dass es eher superior ist in der Serie von dem Teil. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, die größten Meme-Momente dieser Serie hast du ja auch da. Du hast das Tennis-Match da, du hast die, äh, and I eat a potato chip, nein, I take a potato chip and eat it. Ja, das ist das krasseste. So, weißt du, das ist auch in diesem Teil. Ähm, du hast natürlich diese legendäre, ähm, da wo L, äh, Light gesteht, dass er L tatsächlich ist. Und dieses, otashiwa erotis. Ja, ja, ja. Weißt du? Was auch halt super iconic ist und das tatsächlich. Der Anfang auch mit Ray Pember, wie er ihn gedribbelt hat und das ist so geil gemacht, dass die Freundin dann auch irgendwie mit am Start ist und also gerade die Anfangsfolgen von Death Note, weil das passiert ja auch relativ schnell. Wir haben Ray Pember, wir haben die Freundin, wir haben das Tennis-Match. Ja, ja. Es ist eigentlich immer wieder jede Folge so Action geladen. Ich finde später, das ist ja mit dieser, war das eine Aktiengesellschaft? Ich glaube schon, ne? Ja, ja, genau. Das ist auch in seiner Art cool, aber diese, diese Back-to-Back-Spannung, dass jede Folge so, was passiert jetzt ist, so, das hat der Anfangszeit von Death Note, glaube ich, noch viel, viel stärker. Das auf jeden Fall. Es ist halt dieses Katz-um-Ausspiel, weil du halt wirklich nicht weißt, wo rollt der Balli als nächstes. Hier hin, da hin, das kommt als nächstes. Macht L irgendwas, macht Light irgendwas. Und dann kommt ja noch die dritte Partei mit Misa hinzu, ne? Auch ganz komisch eigentlich, ganz kurz bevor du anfängst, dass ein Charakter wie Misa in so eine Serie wie Death Note reingepackt wird, ist eigentlich so seltsam, aber hat doch irgendwie funktioniert. Ey, ich muss sagen, Misa ist ja ein bisschen kontrovers und ich persönlich mag ihren Style auf jeden Fall total, also weil er halt so ein krasser Kontrast zum Rest ist und er in diese Shinigami-Richtung passt mit diesem ganzen Graphic-Lolita-Teil und so, ne? Aber, ich weiß nicht, wie findest du Misa? Also ich muss sagen, ich find die schon ein bisschen problematisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Von der Darstellung her, als Frau, ich glaube, das wird es auch schwierig mit Misa. Boah, ey, guck mal, ich, guck mal, wenn wir mal ganz kurz auf das Frauending angehen, also der Autor Tsugumi Oba, der ist ja irgendwie dafür berüchtigt, dass er ein sehr so, wie ich sag mal, konservatives Bild von Männern und Frauen hat und dass er Frauen in seinen Manga oft nicht gut behandelt. Ich meine, ich finde das in Death Note ehrlich gesagt noch relativ okay, weil Death Note so ist es halt leider so eine männliche Geschichte, ist aus männlichen Perspektiven, weil Light und Elle beide Männer sind so, weißt du? Und Light ist halt so ein Typ, der zum Beispiel sein gutes Aussehen und seine Wirkung auf Frauen halt klar ausnutzt, zum Beispiel bei dieser ganzen Ray Pember-Geschichte, wenn er so ein Date klar macht und so. Und deswegen finde ich es auch legitim, dass er halt so als dieser Bösewicht dargestellt wird, der Misas Gefühle ausnutzt, weil er scharf auf ihre Augen und die er Death Note ist und so. Aber es ist halt schon irgendwie krass, wie wirklich unterwürfig und manchmal auch hohl diese Frauen in dieser Serie so rüberkommen, ne? Und da muss man sagen, die eine positive Ausnahme war halt Naomi und die ist halt richtig krass. Die ist richtig cool, aber sie wird nach zwei Folgen abgefrühstückt. Die wurde aber anders geplayt. Ja, ja, she was played like a fiddle. Und ich persönlich sag nicht, dass Death Note eine bessere Serie wäre, wenn Light noch eine weibliche Antagonistin oder sowas gehabt hätte. Ich sag nur, ey, guck mal, wie Misa in dieser Serie benutzt wird, weißt du? Ich glaub, ihre Highlight-Szenen sind so irgendwie, wenn sie zum Beispiel nach dem Timeskip auf Light zu Hause in Strapsen wartet oder in Dessous, so, weißt du? Das ist ihr Ding. Das ist ihr King. Und später wird sie halt durch Takada, heißt die, glaub ich. Ähm, ersetzt. Und ich denk mir halt, okay, wir sind von dem, wir sind von der Gothic-Lolita zur heißen Milf irgendwie übergegangen, aber sie halt auch total unterwürfig gegenüber Light tut alles, was er sagt, sogar wenn sie halt in diesem Laster mit Mellow alleine ist, ihn gekillt hat, Light anruft und unter Tränen sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und der nur kaltblütig sagt, ey, weißt du noch, was wir abgesprochen haben? Weißt du noch, was du tun wolltest? Tu es. Und dann, ne, schreibt sie noch diese anderen Namen in den Staff Note rein und dann wird sie von ihm gekillt. Also, Frauen hier, äh, sind einfach nur Munition für Light, hab ich das Gefühl. Dazu muss man auch sagen, auf eine gewisse Art und Weise pusht das aber Light wieder als Charakter zum absoluten Bösen. Und das mochte ich schon, dass man gezeigt hat, wie ihm eigentlich das alles scheißegal ist. Genau, und deswegen mag ich das hier, also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich's mag, aber ich finde es deswegen in Death Note, äh, die Art und Weise, wie man mit Frauen umgegangen ist, sehr viel weniger schlimm als später in Bakuman, wo es halt gar keine Entschuldigung gibt, dass alle Frauen irgendwie Hausfrauen so Naruto-Style werden, so weißt du? Ja, Gott, war sowieso schwierig, sie wartet drei Staffel einfach, bis der tut uns den Manga fertig ist, äh, was anderes drüber. Aber, nee, ich versteh schon deinen Punkt so, ich seh das aber auch ähnlich, dass, ich find das, ich find das generell nicht so ein, so ein schlimmes Ding, äh, Misa ist auch teilweise so ein bisschen, äh, Plot-Convenient, dass sie halt auch am Start ist mit diesen Augen und so, aber das kann ich noch entschuldigen, weil's halt diese, diese Dynamik in Death Note reinbringt, dass wir halt einen Charakter haben, der das hat, was Light braucht, dass Light das ausnutzt, weil er eben ein Arsch ist, so, so ziemlich, äh, aber dass sie halt, dass sie halt ein Tollpatsch irgendwo ist, aber auch gar nicht so dumm ist, weil, wie sie Light ja schon approached hat, war ja nicht dumm, weil sonst werden die ja sofort, äh, aufgeflogen und man kann auch sagen, durch ihren Charakter, was sie auch ist in der Serie, hat man halt dieses spätere Ding mit, äh, der Entführung, dass sie halt denkt, dass das ein Stalker ist, weil sie halt eine Prominentin ist und das ist ja auch, wie ich finde, ein sehr interessanter Abschnitt bei Death Note gewesen, deswegen, also wie gesagt, ich seh das nicht so problematisch, ich find Misa ist kein besonderer Charakter, ich glaub, keiner würde sagen, so Misa ist mein Lieblingscharakter oder so, aber sie bringt schon was in die Serie rein, was ich gar nicht so unterschätzen würde, dass was, also das, sie hat schon der Serie, äh, finde ich, was beigetragen, in, nicht als Charakter, sondern in dem, also, durch sie konnten halt einzelne Stränge quasi entfaltet werden, so, so rum, das würde ich sagen, Misa. Ich will, zwei Dinge, noch kurz was zu sagen, erstens, was überhaupt nicht damit zu tun hat, oder so minimal, äh, zur Rolle der Frau, äh, ich hab diese Serie, glaub ich, 2017 oder 16 mit meinem Kumpel Ertu damals geguckt und er guckt gar keine andere, aber ich wollte, dass er das guckt und er, der einzige Mensch bis heute, von dem ich das jemals gehört habe, dass er Light Yagami hasst, weil er seine Mutterscheiße behandelt. Ja, und ich so, hä, was, was ist denn mit seiner Mutter, die kommt doch gar nicht in der Serie vor, und er so, Bruder, hast du mal drauf geachtet, immer wenn sie ihn fragt, von wegen, hey, kann ich dir was bringen, was zu trinken oder was zu essen, sagt er nur mit so einer Fresse, so, nein, danke, ich brauch nichts, ich geh auf mein Zimmer, wie unhöflich einfach, und ich denk mir so, Junge, kein Mensch außer dir achtet darauf. Aber ich glaube, dass deine Mutter auch so eine war, die von ihm verlangt hat, dass er acht Stunden pro Tag lernt, von daher weiß ich nicht, was das Gefühl ist, aber eine Mutter davon nicht schlecht behandelt, egal in welchen Umständen, das ist absolut, das geht nicht. Ja, also, ich meine, der Typ guckt halt sonst keine Anime, deswegen weiß er nicht, was mit Anime-Müttern normalerweise passiert, so, weißt du? Aber das war halt, das ist halt so eine interessante Perspektive gewesen, auf die ich nie gekommen bin. Zur Nutzung von Misa, guck mal, das Ding ist ja, Death Note ist ja auch insofern interessant und vielleicht auch ein bisschen edgy und so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer episch, weil da viele religiöse Motive drin sind, ich meine, wenn du ja das Opening reinziehst, ich meine, ganz am Ende hast du halt so einen Leid, der sich wie Jesus insoliert und so weiter. Oh, ganz kurz, Opening 1 oder Opening 2? Opening 1 am Ende, der letzte Schock. Nein, nein, ich meine, was ist dein Favorite, Opening 1 oder Opening 2? Boah, ich mag beides, bin nicht ganz ehrlich, ich habe auch beides voll lange so auf meinen MP3-Player gepumpt. Ich glaube, ich mag wegen den Bildern eigentlich Opening 1 mehr. Ich bin definitiv Opening 2 Stan Beste, das ist so geil. Ich liebe allgemein das Opening, vom Bildlichen her, vom Gesang her, aber das Schreien ist bei Death Note. Ich mag eigentlich, also ich bin nicht ein Metal-Hörer oder so, aber bei dem Opening, da geht das echt runter. Ey, ich mag Maximum The Hormone total. Die haben ja sowohl das zweite Opening als auch das zweite, genau, genau, das ist auch dieselbe Band, die den Freeza-Song für Dragon Ball Super beziehungsweise davor schon gemacht hat. Und sie haben auch das zweite Ending gemacht von Death Note und das, also ich glaube, bei Setsuvo Willi, liebe ich total. Also das ist iconic. Auf jeden Fall. Generell, die Serie hat absolut geile Openings und Endings, mache ich alle total gerne. Was ich zu diesem religiösen Ding sagen wollte, abgesehen von den ganzen Openings und so, es gibt ja relativ super offensichtliche religiöse Motive, zum Beispiel die ganze Nummer mit dem Apfel und so. Na klar, weil ich wollte Teufelsfrucht sein, aber ich war total auf One Piece. Zu deep in dem Anime-Game drin. Ja, ja. Wie heißt das nochmal? Frucht der Sünde oder so, das wird das genannt in der Bibel, ne? Natürlich hast du das, was super, super offensichtlich ist. Du hast auch natürlich diese Szene in der Folge, wo El stirbt, wo El und Light sich gegenseitig waschen, ne? Der eine die Füße von dem anderen und der andere wäscht sein Haupt. Das ist ja wie bei Jesus und Judas, bevor Jesus verraten wird und so. Das ist total mit dem Vorschlag kam er symbolisch. Aber es gibt halt gerade, was Misa angeht, eigentlich auch so eine total interessante Analogie, weil in der biblischen Erzählung ist es ja so, dass Eva diejenige ist, die den Apfel zuerst isst und deswegen Adam auch quasi ins Unheil stürzt und deswegen immer so biblisch gesehen den Frauen die Schuld gegeben wird, dass die Menschen aus dem Paradies irgendwie verjagt wurden. Und hier ist es halt total interessant und natürlich in der Bibel wird ja auch gesagt, dass Frauen aus der Rippe von Adam erschaffen wurde, also in dem Fall Eva. Und in Death Note ist es halt so, dass die erste Frau in Kontakt mit einem Death Note sehr viel mächtiger als der Protagonist, also als der Adam ist, weil sie die Augen hat, weißt du? Und es ist trotzdem der Typ, also Adam in dem Falle, also Light, der das Böse darstellt. Also hier das Umgekehrte, der böse Typ, der die eigentlich nicht so gute, aber immer noch ein bisschen unschuldige Frau wirklich ins Verderben stürzt, weil er ruiniert ja effektiv wirklich ihr Leben, weil sie mordet ja erst einmal, weil sie denkt, dass der Typ, der ihre Eltern gerecht hat, das so wollen würde und nur in diesem Handeln übt sie halt böse Sachen aus und später macht sie ja wirklich alles für leid. Sie halbiert nochmal ihre Lebenszeit. Das ist erstmal krass, weißt du? Und wenn er halt von ihr verlangt, hey, töte diese und jene Menschen, dann tut sie das blind. Und wenn er halt sagt, gib das Death Note auf, dann tut sie das auch, weißt du? Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne das irgendwie zu hinterfragen. Sie tut halt wirklich alles für ihn. Und deswegen finde ich auch hier die Nummer mit den schlechten Frauenbildern in dieser Serie halt nicht so schlimm, weil Light halt wirklich dieser böse Einfluss ist. Light wird immer mehr zu einem Teufel, weil je weiter diese Serie geht und besonders nachdem L gestorben ist, ist Light bei dem Moment noch komplett über den Berg. Dann ist er moralisch total am Ende, weil das, was du auch am Anfang gesagt hast, hier die Nummer mit seiner Schwester, das macht ihm zwar am Anfang Sorgen und dennoch fragt er sich, wenn er das hart auf hart kommt, muss ich vielleicht meine Schwester töten. Und er hat ja auch kein Problem. Nur ganz kurz, das würde wahrscheinlich Light im ersten Teil von Death Note nicht so sich denken. Exakt das, exakt das. Und es ist halt krass, dass ausgerechnet mir am Ende, dieser Serie halt, ähm, Light, wenn alles so offengelegt wird, irgendwie sagt, du bist nichts weiter als ein Massenmörder, der der Macht des Shinigami erlegen ist. So, weißt du, was wieder Ryuk in ein bestimmtes Licht drückt, weißt du? Weil all das Schlechte, was Light hier macht, Alter, das geht nochmal auf Ryuk zurück, weil er ist es, der Spaß an der ganzen Nummer hat. Und das ist halt heftig. Allgemein noch. Kann man auch wieder ein bisschen verknüpfen mit dem One-Shot-Auftritt von Ryuk. Das war auch wieder eine echte miese Nummer von mir. Er hat, äh, Ryuk ist halt, äh, ich weiß nicht, ob er moralisch gesehen grau ist oder ob er wirklich schon straight up böse ist, aber warum sollen die Menschenleben jucken, weißt du? Er hat halt kein Problem damit, dass, äh, irgendwelche Menschen zu Opfern mal dienen. Egal. Wir brauchen einfach eine Ryuk-Spin-Off-Serie, wie er auf die Erde geht und immer wieder das Death Note verteilt und dann einfach Ehre nimmt. Weißt du, was ich generell nicht verstehe? Hast du jemals in das Data Book von Death Note reingeschaut? Nee, ich meine nicht so big, was Death Note, äh, Hintergrundwissen angeht. Guck mal, in dem Data Book, da, ich glaube, es gibt insgesamt 13 Shinigami, die werden da alle aufgelistet, samt dem König, also dem Big Boss, und die bekommen alle Power-Level. Die haben Power-Level und ich hab mich immer gefragt, wozu haben wir Power-Level von den Shinigami so, wenn damit, ja, ja, so, ich denk mir, dass das so viel Content, den du noch irgendwie benutzen könntest, du könntest ohne Spaß, so wie in Platinum End, ähm, irgendwie so einen Wettkampf zwischen den Shinigami machen, weißt du? Und das ist halt krass, dass Ryuk noch nicht mal irgendwie in den Top 5 der Shinigami da irgendwie war und das Rem zum Beispiel über ihm, ähm, gerankt war. Und ich hab mich immer gefragt, was bringt dieses Ranking? Was sagt das überhaupt aus? Weißt du, das ist halt irgendwie total absurd, wie viel unnötige Easter Eggs in diesem Manga drinsteckt. Das wäre schon interessant gewesen, wenn Ryuk irgendwie durch das Ausnutzen von Light so an Stärke gewonnen hätte. So sagen wir, desto mehr Leute du tötest, desto stärker wirst und durch Light schaffst du das irgendwie, dann wäre er so voll der, voll das Mastermind. Aber das ist vielleicht auch ganz cool an Death Note, dass Ryuk halt nicht so einen, so einen deepen Hintergrund hat von dem her, warum er das jetzt alles macht, sondern er macht halt einfach so. Und das hat auch einen gewissen, gewissen Charme, finde ich, bei Death Note. Ey, das auf jeden Fall. Ich hab auch das Gefühl, wenn es halt noch diese Komponente gegeben hätte, dass die Shinigami noch aktiver geworden wären, dann wär's halt 1 zu 1 Platinum End, was aktuell läuft. Also sind das einfach diese Engel so. Ähm, beziehungsweise im Grunde wär's ja so, dass die Shinigami die Protagonisten sind und die Menschen sind sowas wie Yu-Gi-Oh! Karten, weißt du, die gegeneinander antreten. Im Grunde genommen ist es das, ja. Hammergeil. Ähm, ja, äh, wenn wir jetzt mal über dieses erste Drittel hinweggehen und wirklich, ähm, zu diesem Amnesie-Arc kommen, zu diesem Yotsuba-Arc, so, ne? Oh, ganz kurz mal. Ach nee, das mit Elsthut kommt danach, nevermind, kannst du weitermachen. Genau, genau, das ist ja innerhalb dieser Packung so. Und ich muss sagen, ich bin auch so wie du eigentlich so drauf, dass ich sage, dieser Yotsuba-Arc, Alter, der ist nicht so schlecht, wie die Leute das am Anfang irgendwie erstmal so machen, weil, äh, die sind natürlich immer meistens so traurig, dass dieses, dieser Zweikampf zwischen Light und L erstmal nicht mehr existiert. Aber, ey, ohne Spaß, wie genial ist es eigentlich, dass du sagst, ey, die zwei Typen, die sich von Anfang an dieser Serie irgendwie gegenseitig kloppen, wer zu ersterben wird und so, tun sich zusammen, um eine dritte Partei ganz schnell kalt zu machen. Ich find das geil, ich weiß nicht, und vor allem, das ist ja noch nicht mal so lang, ich glaub, das sind nur sieben Folgen oder so. Nee, so lang ist das nicht so stimmt. Und, ja, vor allem, also, ich glaube, das geht ja auch damit zu Ende mit der, mit der Iconic-Hubschrauber-Szene, oder? Ja, ja, genau. Es ist halt, also, das ist, allein deswegen, wegen dieser Just-As-Plans kann ich alles, Kei Kakudori. Ja, ja, kann ich alles akzeptieren. Vor allem, das war ja nicht irgendwie, äh, langweilig, weil du hattest zum einen halt diese Sachen mit dieser Gruppe, die halt ihren Scheiß gemacht hatte, aber wir hatten halt Light, wir haben ihn halt von einer anderen Seite gesehen, was super interessant war, weil wir halt diesen wichtigen Lebensabschnitt von Light sind, weil alles, was im Leben von Light davor passiert ist, ist als Zuschauer total egal. Es ist egal, was da passiert ist, aber wir haben den wichtigsten Teil von Lights Leben als Charakter gesehen und dass wir auch wirklich diese absolut bösen Seiten, aber auch diese, diese, was Light eigentlich gewesen wird, Seiten sehen. Das hat sehr gut gepasst und ich glaube, gerade, dass wir das bekommen haben, macht eben das Ende halt so viel besser, weil, wie gesagt, auch diese Sachen mit seinem Vater, dass, der Vater, glaube ich, dann, wobei das kommt ein bisschen später, wo er die Augen bekommt und Leitern, äh, ja, genau, aber wie gesagt, diese Hubschrauber-Szene, also, allgemein, ich glaube, das ist eine Sache, wenn man über Death Note redet, reden, glaube ich, die meisten Leute immer über diese Naomi-Szene, weil das war einfach zu geil, wie eine Folge, wo die spazieren gehen, übertrieben intens waren, aber ich glaube, auch, was viele Leute immer noch sehr positiv in Erinnerung haben, äh, ist einfach, was Light gemacht hat mit diesem Erinnerungs- oder Gedächtnisverlust, dass er das alles so geplant hat und so gemacht hat, also, das ist für mich immer noch vielleicht sogar der genialste Move in Death Note. Ja, das ist halt, dass er auch geplant hat, welche Uhr er tragen würde und so weiter, super genial, überhaupt diese ganzen, äh, diese Doppelfolge, wo halt, ich hab vergessen, wie der Typ von Jotsuba hieß, der ja Death Note hatte, aber wo sie den Typen halt stellen und dann von einem Spot zum anderen jagen, vom TV-Studio über diese eine Firma und dann auf deinem Highway und so weiter und du hast einfach fucking Vatari, diesen Butler, der auch noch, ganz kurz, der einfach auch noch ein Sniper ist, Alter, Sniper King, er ist so gekillt, so gekillt, Alter, so One-Shot-One-Kill, Alter, wie perfekt er dieses Auto einfach trifft, ohne den Typen zu killen, Wahnsinn, es ist halt so krass und ich find's halt auch irgendwie krass, ähm, dass Light halt auch in Kauf genommen hat, weil Mieser halt vorher Mist gebaut hat und sich halt, äh, erwischen lassen, also wahrscheinlich hätte er jetzt gerne eher verhindern, dass er wenigstens dieses Eingeständnis machen musste, okay, ich werde mir das Death Note zurückholen, ich werde meine Unschuld beweisen, aber im Gegenzug wird er und alle anderen Polizisten, die hier involviert sind, wissen, dass es Shinigami tatsächlich gibt und dass es das Death Note auch wirklich gibt. Und allein der Gedanke, weißt du, dass die Leute erfahren, dass es einen Death Note gibt, ist eigentlich so absurd und ich hab mich halt immer gefragt, ähm, in dieser Zwischenzeit, in diesen Timeskip, in diesen sechs Jahren, ne, was haben sich eigentlich die Kollegen von Light gedacht, dass sie sechs Jahre lang diesen Kira überhaupt nicht fangen konnten, weißt du? Ich hätt mich so, ich hätt gern, so gern gewusst, was so ein Eiser war, der letztendlich, ja, Light verraten wird, so gedacht hat, von wegen, so jede Woche kommen wir dem Typen einfach nicht näher, weißt du? Als wir den ersten L hatten, lief das Ganze irgendwie viel geschmeidiger, viel smoother, so. Ja, ähm, aber auf jeden Fall, Jotsuba Arc finde ich schon allein deswegen, ähm, so interessant, weil der Anfang ist ja schon mal super interessant, nachdem halt, äh, Light tatsächlich sein Gedächtnis verloren hat und du dann Rem in dieser Jotsuba-Halle siehst mit diesen sechs, sieben Typen, die da rum, äh, stehen und für dich als Zuschauer und Leser eröffnet sich gleich eine neue Frage, holy shit, wer von diesen Leuten ist eigentlich der neue Kira, weißt du? Und das ist eine Komponente, das ist wieder so ein Ratespiel, das hat's vorher in dieser Serie nicht gegeben, weil wir von Anfang an aus der Perspektive des Bösen alles gesehen haben, aber jetzt bekommen wir noch so eine klassische Konstellation, wir haben zwei Helden und die versuchen einen Bösen zu finden und du weißt nicht, wer es ist. Das war eigentlich so, das ist eigentlich so genial. Das war immer dieser Classic-Detektiv-Connor-Ark, dass man so, dass ich, dass man halt selber mitraten konnte. Und das ist ja das, ja, also ich hab nicht viele, äh, Krimi-Detektiv-Manga gelesen oder Bücher, aber es ist das Main-Ding, dass man halt so mitraten kann ein bisschen. Das gab's ja bei Def'node in der ersten Hälfte ging's ja mehr um diese, äh, um diese charakterliche Sache, wie jetzt der oder der Charakter sich benimmt, weil wir wussten, oder wir haben beide Seiten gesehen, ähm, und zu Elle hat man ja nicht viele Fragen gehabt, weil da wurde auch nicht viel, also bei Elle war's ja nie so das große Thema, okay, von wo kam er, was hat er schon alles geschafft, das war ja alles egal. Wir waren ja quasi im Hier und Jetzt und hat man halt beide Seiten gesehen, äh, eigentlich auch irgendwie cool, dass, äh, das Manga-Ka-Duo noch sowas eingebaut hat, dass man so ein, so ein Classic, Classic-Detektiv-Ark bekommen hat. Mhm, das auf jeden Fall. Und ich liebe auch halt, wie Rem halt am Anfang dieses Arkes halt in dieser Halle steht und sie hört halt zu, wie diese sechs Typen darüber reden, wen sie als nächstes mit dem Def'node halt töten lassen wollen. Und während Ryuk ja von Anfang an in dieser Serie sowas gesagt hat wie, Menschen sind so interessant, weil er die so, äh, spannend findet, sagt Rem hier nur, äh, Menschen sind solche ekelhaften Kreaturen. Ja, das ist auch ein geiler Kontrast, ja. Ja, das ist halt ein kultureller Kontrast, weil, äh, für Rem und, ähm, Ryuk sind eigentlich Menschen genau dasselbe, sie sind nichts weiter als Leben, das sie aufstocken können, so, die haben eigentlich denselben emotionalen Bezug, aber Rem hat wirklich noch diese empathische oder ich weiß nicht, vielleicht schon so eine Perspektive, wo sie Leben tatsächlich wertschätzen kann, weshalb sie ja auch, äh, Misa beschützen möchte und sie sieht halt diese sechs Typen, die für Profit wirklich einfach über Leichen gehen, buchstäblich und sie findet das halt abscheulich. Sie als Shinigami findet das ekelhaft. Das ist so geil. Eigentlich kann man auch sagen, das ist halt übernatürlich mit dem Def'node, aber so Real Talk, ich will gar nicht wissen, wie es bei manchen ganz, ganz richen People wirklich läuft, deswegen kann man, kann man vielleicht schon sagen, dass da schon eine gewisse Art von Real-Life-Kritik in dieser Jotsuba-Group drinsteckt, weil die werden sich ja nicht umsonst so, sowas ausgesucht haben mit Aktiengesellschaft, mit vielen reichen Typen und wie die auch untereinander sich benehmen, die haten sich ja eigentlich, die sind ja eigentlich nur zusammen, weil es für die halt Sinn macht, mäßig. Das ist eigentlich auch schon eine Sache, die man an Def'node auch irgendwie schon wertschätzen kann. Das auf jeden Fall. Also hier stecken definitiv auch ein bisschen kritischere Botschaften mit drin. Und ja, das Ding ist ja, dieser ganze Arc, ich glaub, das ist auch der Grund, warum manche Leute nicht so darauf klarkommen, der hat ja eigentlich nur primär den Zweck, Leids Unschuld zu beweisen, damit wir wieder zurückkehren können zu diesem Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihnen. Also streng genommen, weißt du, hat es schon ein bisschen Filler-Qualität, weil du eine gewisse Lücke, die offensichtlich wieder geschlossen werden muss, schließen musst. Das ist halt so wie bei Bleach, weißt du, Ichigo verliert seine Kräfte, er muss sie natürlich wieder zurückbekommen, so uns geht die Serie nicht weiter. Und das ist dann aber so schnell, nachdem halt dieses Keikakudori passiert ist, dann zu Folge 25 kommt, nämlich der Folge, wo er dann tatsächlich das Zeitliche segnet. Aber ey. Das ist eine krasse Folge. Er hätte sich aber schon mal decken müssen, okay doch, Leid ist es, kann nicht sein, dass er so durchdreht im Hubschrauber, das ist wie so einer der geilsten Manga-Panels, wo Leid diese ganzen Erinnerungen bekommen hat, richtig insane, also hammermäßig, ich kann gar nicht genug, ich kann gar nicht beschreiben, wie geil ich dieses Panel finde, diese Doppelseite, absolut, absolut krank, aber ich hab's schon mal, ich hab's eben gesagt, wie gesagt, das ist eine Sache, die für mich mit am krankesten ist, diese, dass man wirklich dieses, dass man wirklich diese Sache hat, dass Leid seine Erinnerung verliert, dass er so plant, wie er sich benehmen würde, wenn er diese Erinnerung nicht hat. Wir sehen ja auch in der Zelle, dass der, ja kann man sagen, der echte Leid vielleicht sich wirklich Sorgen macht, dass sie ihre Zeit verschwinden, weil er ja denkt, dass er nicht Kira ist. und in der Zeit, wo sie versuchen herauszufinden, dass er Kira ist, dass sie merken, dass er denkt, dass Leute dann sterben, so, weil die sich nicht halt auf den anderen Fall fokussieren. Aber ja, die Szene, wie auch sofort im Game ist wieder, so, weißt du, er tippt ja sofort rum, agiert sofort, das ist absolut krass. Also, da krieg ich immer Gänsehaut. Ey, ich heiße es immer noch für Bullshit, wie er damals in seine Uhr den Namen reingeschrieben hat, aus dem Winkel. Keiner kann, also auch mit japanischen Zeichen funktioniert das nicht, glaub ich nicht. Ich guck das gerade nebenbei, ist einfach so geil. Leid schreit absolut rum, El, Daujubu. Als wäre das das Normalste der Welt. Ja, ja, ist einfach absurd. Aber egal, er kriegt seine Erinnerung zurück, der Plan hat funktioniert, Eisen-Style auf jeden Fall. Und wir haben dann halt wirklich Els Tod, der halt, wo manche Leute halt auch sagen, ey, weißt du was, hier solltest du Death Note schrauben, weil ab hier wird's nur schlechter und so. Und das Ding ist ja, bei den Live-Action-Filmen, zumindest den ersten dreien, die ersten zwei hängen ja zusammen, da hört tatsächlich der zweite Film damit auf, dass, glaub ich, Al und Light gemeinsam sterben. Weißt du, da kommt's gar nicht erst zu dieser Mellow-Nier-Komponente, weil wahrscheinlich haben die das gedacht, ey, das kam auch bei den Kritikern nicht so gut an, so der Anime und Manga, dann können wir das in der Live-Action vielleicht ganz sein lassen, also in der japanischen Live-Action. Und ich weiß nicht, ich meine, ich bin eigentlich auch der Ansicht, dass ich finde, dass dieser Teil eigentlich nötig ist, der mit Mellow-Nier. Das Gefühl, das die meisten Leute halt natürlich haben, ist, ey, dieser Teil ist erst einmal kürzer, weißt du, wenn du das heutzutage bingst, dann weißt du, wie viele Folgen noch über sind, weißt du, du siehst, du hast 25 Folgen mit L gehabt, du hast jetzt eine Recap-Folge danach und dann hast du irgendwie noch zwölf Folgen mit neun Typen, so wie gut kann das denn überhaupt werden? Und ich glaub, das ist schon so eine erste Skepsis, die sich breit macht, dass du dir in deinem Kopf schon mal das Setting einstellst, das kann gar nicht so gut werden wie der erste Teil. Vor allem, du hast halt die Charaktere komplett neu drin und ich glaube tatsächlich, dass sich viele Leute eben an diesem Ding stören, dass Neo und Mellow so zusammen Elle surpassen, sondern ich glaube, für wirklich viele hat das schon sehr früh gestört. Aber ich fand, wir werden da gleich noch ein bisschen mehr drüber reden, ich fand diese Herangehensweise mit Mellow, der das eher aktiv macht, dass er Stress schiebt mehr, weil er so diese emotionale Komponente ist und Nier, der das Ganze durchdachter durchgeht. Und das war, also, was ich dem Abschnitt am meisten zusprechen kann, der war sehr wichtig und auch mal so ein Abschlussbild von Light zu haben, wie er nach dem Sieg gegenüber von Elle ist, wie er sich benimmt und wie das Ganze zu Ende geht. Deswegen, das war super, super wichtig und ich bin froh, dass sie es so gemacht haben, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Defnut auch so legendär wäre, wenn es nach, wenn vielleicht Elle gewonnen hätte, Light hätte verloren und dann wäre es zu Ende gegangen. Ich denke auch, dann wäre es eine legendäre Serie gewesen, aber ich glaube, Defnut ist auch unter anderem so beliebt, weil es eben auch so geregelt worden ist, weil Light eben dieser absolut, absolut dunkle Charakter wird, der im Laufe der Serie immer weiter fällt. Aber, ey, ganz kurz nochmal, ey, diese Szene, diese Szene, wo Elle aufs Dach geht, im Regen ist und auch schon spürt, dass er stirbt, das war echt, das hat richtig hart gehittet. Und dann droppt er natürlich auch so die Line von wegen, hast du jemals in deinem Leben nicht gelogen? Ja. Super gut. Ich glaube, er meinte auch, war das in der Folge, wo er meinte, irgendwas wegen Freundschaft, ob die Freunde sind oder so, ich weiß nicht, ob es da gewesen ist. Das hat er schon vorher gesagt, ne? Aber auch, also, da haben wir es wieder mit Misa, ne? Dass er halt Misa ausnutzt, damit Misa Rem ausnutzt, damit Rem L umlegt und es ist, ah ja, Batterie war es, genau, ne? Ja, S-Batterie. Und dann, ja, genau, S-Batterie, dann L. Und dann haben wir wieder dieses Classic Light-Ding, dass wir Light haben, dass er so Goodboy-mäßig rüberkommen will, aber, ja, L halt den wahren Blick von ihm sieht. Das war auch sehr, sehr krank. Und das Ding ist halt, das liebe ich auch an der Adaption, so, also, dieser legendäre Moment, wenn halt L in Light's Arm liegt und Light's Gesicht sich immer mehr so langsam, langsam zu einer Grimasse verziert und am Ende siehst du halt, wie er dem sterbenden L ins Gesicht lacht und so. Und im Anime ist es ja so, dass L dazu nichts sagt, sondern nur ihm ins Gesicht schaut und dann die Augen schließt. Und im Manga hat er tatsächlich noch einen inneren Dialog. Da sagt er halt, du warst es tatsächlich, aber ich, und dann macht er die Augen zu. Und ich muss sagen, ich finde die Anime-Variante eigentlich geiler, dass du halt wirklich den Schock in seinem Gesicht siehst, wo wir, shit, ich hatte recht. Ja, ja, das ist echt richtig stark war die Szene. Ja, und das ist halt so traurig, wenn du überlegst. Das Letzte, was der Typ sieht, ist wirklich die Fratze von diesem Bastard, ey. Das Ding ist, das ist auch so ein legendäres Ding. Wir haben ja in One Piece, äh, im aktuellen, na, Arc, ich will jetzt nichts sagen, aber wir haben halt einen Verräter im aktuellen Arc und da gab es auch ein Bild, wie jemand äh, genau die Fresse gezeichnet hat von Light, nur eben mit dem, mit der Fresse von dem Charakter. Es hat bis heute, es hat bis heute noch unglaublichen Impact. Ja, ja, äh, das ist auch genial. Erst mal reinschicken, aber wir sollten das lieber nicht einblenden wegen Obvious Reasons. Oh Gott, so gut. Ähm, und, äh, natürlich gibt's ja auch diese kleine, äh, OVA-Ergänzung, äh, wenn Light später auf, äh, Els Beerdigung noch auf seinem Grab rumlacht und so weiter, was auch nur so Recycling von der finalen Episode ist, was ich auch super, so bizarr finde. Ähm, aber auf jeden Fall, hier teilen sich ja die Meinungen und ich finde, hier muss man eigentlich zwischen zwei Dingen unterscheiden, nämlich zwischen dem, was wir auf dem Papier haben und dem, wie es umgesetzt wurde. Und auf dem Papier ist Death Note eine Serie, die drei völlig verschiedene Konzepte durchgezogen hat. Am Anfang hast du halt wirklich dieses, ähm, Detektiv-Bösewicht-Katz-und-Maus-Spiel aus der Perspektive des Bösewichts. Dann, wenn du halt sein Gedächtnis auslöscht, tust du die beiden zusammen und hast eine noch viel, viel klassischere Detektivgeschichte, wo sie einen Mörder finden müssen, den sie überhaupt nicht kennen und gemeinsam so als, äh, Watson und Sherlock irgendwie das Ganze lösen müssen. Und als drittes wechselst du die Perspektive nochmal, hast wieder, äh, Light, der der Bösewicht ist und du führst diese zwei neuen Figuren ein, die eine ganz neue Dynamik bringt, nämlich, dass die beiden sich eigentlich primär gegenseitig betteln wollen und dabei auf jeden Fall unser Protagonist das Opfer sein muss. Und das ist so interessant, dass du Light quasi in diese passive Rolle drückst, in dieses letzte Drittel, wo er die Trophäe bist, weißt du? Ja, ja, stimmt. Das ist eigentlich ein geiler Blickwinkel. Ja, und ich finde das halt total geil und deswegen bin ich auf jeden Fall auch der Typ, der Mellow viel cooler findet als, äh, mir, weil mir ist halt offensichtlich an Al inspiriert, so, ne, also das ist mega offensichtlich. Aber Mellow ist halt diese, was wäre, wenn Al halt ein bisschen schlampiger wäre, was ist, wenn er zu emotional wäre. Aber das ermöglicht ihm auch gleichzeitig so Möglichkeiten, die der echte Al nicht hatte, weißt du? Allein schon, dass Mellow, nachdem er das Waisenhaus verlässt, sich mit der Mafia zusammentut, weißt du? Wie, wie genial ist das denn? Also ich meine jetzt nicht genial, weil es cool ist, weil offensichtlich haben die coole Klamotten und so weiter. Aber allein der Scheiß, den er durchzieht und vor allem, Al war ja immer so drauf, dass er so moralisch grau gehandelt hat, von wegen, hey, wenn es sein muss, werde ich für ein paar Tests auch zum Beispiel Sträflinge, ähm, riskieren, weißt du? Von wegen Leute, die sowieso hingerichtet werden sollen. Aber Mellow geht halt diesen Schritt, hey, dann entführe ich halt die unschuldige Tochter vom Polizeidirektor oder Polizeischief, was auch immer, weißt du? Und ich habe halt irgendwie, keine Ahnung, kapern die nicht zwei Flugzeuge, eins davon, so ein normales Passagierschiff, wo der Pilot halt sowas sagt wie, ey, wenn ihr versucht, mich zu verfolgen, werde ich dieses Ding hier schrotten. Wie fucking badass ist das bitte, Alter? Und dann fliegt er mit einem Jet aus Nevada, USA, sonst wohin, Alter. Das ist so cool. Das ist halt, das ist halt wie so ein bisschen spiciness, dass man halt, obwohl Death Note, also Death Note ist ja vom, Death Note allgemein ist schon ein geniales Konzept. Dieses geniale Konzept über eine lange Zeit aufrechtzuerhalten ist super schwierig und das, man, ich würde nicht sagen, dass die Luft raus ist, weil das war bei Death Note nie der Fall, aber du kannst es auch nicht, dieses Katzenmausspiel, wie es am Anfang war, kannst du vielleicht auch nicht ewig ziehen. Deswegen war es vielleicht besser, den Schlussstrich dort zu ziehen, wo es auf dem Höhepunkt war und dann die Story in eine andere Richtung zu preschen. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn man halt so mit Light, ähm, mit L, meine ich, sympathisiert, wenn man ihn so genial findet, von dem ja, was er für Moves pullt und wie er allgemein drauf ist, glaube ich einfach, dass man die zweite Hälfte vielleicht ein wenig, äh, ein wenig weniger wertschätzt, einfach nur wegen der Sache, dass L halt nicht mehr da ist. Aber es ist halt cool zu sehen, wie Melo halt auch ein smarter Dude ist und was das Ganze anders angeht, aber es ist wiederum auch nice zu sehen, wie Nia, genau wie L handelt in einer gewissen Art und Weise, aber das, das Coole ist ja, Nia und, äh, Nia und Melo, die machen ja keine Potata-Fusion, um Light zu besiegen, darum geht's ja nicht. Es geht mehr darum, dass Melo dieses, diesen, diesen, dieses Emotional hat, dass er auch wirklich angreift, also in die Offensive geht und Nia derjenige ist, der ein wenig hinter den, äh, hinter der Kulisse der Strippenzieher ist und durch Melo es schafft irgendwie Light mehr auf die Schlüche zu kommen. Das finde ich halt so cool gemacht, dass man, die beiden arbeiten zusammen, aber sie aber arbeiten noch gegeneinander quasi. Und ich glaube, was vielen Leuten in diesem Fall dann auch ein bisschen zu Recht, ähm, sauer aufstößt, ist, dass der, dieser Teil, dieses dritte Drittel, so einen starken Nier-Fokus hat, obwohl tatsächlich Melo viel mehr erreicht und viel mehr abwechslungsreich und neue Dinge in diese Geschichte reinbringt. Weil er ist es, der, ähm, Light's Tochter, äh, Tochter, äh, seine Schwester entführt, weißt du? Er ist es, der dafür sorgt, dass Light's Vater sterben soll, was eine ultra-coole Sequenz ist in diesem, dieser ganze Raid da in der Bude und so weiter. Er ist derjenige, als dieser eine Shinigami dazu kommt, ich hab vergessen, wie er heißt, der sich sein Death Note von ihm zurückholen will, der ihn zu seinem Sklaven macht und sagt, ey, geh mal draußen Wache halten, sonst bist du ja sonst nicht gut, so, ne? Zu was anderem. Das ist so cool, weißt du? Und dann hat er auch noch diesen Badass-Look, nachdem er in die Luft geflogen ist, was auch so schon ein typisch ist, so seine vorhanden. Ja, ja. Und dann sagt er, und er ist ja auch derjenige, im Gegensatz zu Nier, der halt durch diesen Shinigami-Einfluss herausfindet, dass, äh, dass die Regel mit den 13 Tagen, äh, die Light hat, reinschreiben, dass ein Fake ist, weißt du? Und Nier staubt sowohl vom alten Elf, als auch von Mello die ganze Zeit ab, um dann letztendlich Light zu besiegen und das geht, glaub ich, den meisten Leuten auf den Tag. Er ist der Thomas Müller von Death Note. Ja, Alter, er staubt halt die ganze Zeit ab und benimmt sich halt dabei genau wie El, äh, El. Und das ist halt das Problem, er ist halt zu nah an ihm dran, aber er tut noch viel weniger. Mello macht den coolen Shit. Mello und sein, hier, einer Sexsklave, Matt oder wie der heißt, Alter. Dieser Typ, mit dem er, ähm, Takada entführt, ne? Und das ist halt so krass, ey, als damals diese Folge war, wo Mello stirbt und er halt mit seinem Bro halt, ähm, Takada entführt. Ich hab immer in den Kommentaren gelesen, als sein, äh, Bro da, ähm, erschossen wird auf offener Straße. Oh nein, Matt ist tot. Nicht Matt, wieso habt ihr Matt getötet? Und ich denk mir so, woher kommt das? So, wussten wir, wer, wer das ist? Wer zum Teufel ist das? Warum gehen alle so ab? Und stellt sich heraus, dass so im Manga so ein bisschen mehr, ähm, von dem so ein bisschen gezeigt wird. Ah, okay. Und so, und so die Implikation ist, dass die beiden vielleicht ein bisschen mehr als so Bros sind. Ah, okay. Best, best Bros. Also, deswegen sagt Mello im Anime auch sowas wie, oh, shit, ich hätte niemals gedacht, dass ausgerechnet Matt stirbt. Weißt du? Und ich denk mir so, Alter, wer ist Matt? Wieso dachtest du, dass er nicht sterben wird? Wer ist das? Ja, krass, dass sie so viel rausgelassen hatten. Ja, ja, das ist echt krass. Und ja, du hast halt diese ganze Nummer, dass Mello sich halt die ganze Zeit opfert und, äh, nie, ähm, abstaubt. Und dann kriegst du ja noch ein weiteres Spicy-Element, nämlich, dass Aizawa mehr und mehr anfängt, Leid zu, äh, verdächtigen. Nachdem, nach sechs Jahren stellt Mello nur die Frage, so, ey, wenn wir uns mal angucken, was der letzte El so gemacht hat, ist keiner von euch auf die Idee gekommen, dass der Typ vielleicht Kira sein könnte. Und Aizawa so, das hat schon der El da vorhin gesagt. Vielleicht ist doch wirklich was dran. Der Grundschüler, er kann gar nicht so eins und eins zusammenzählen. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann hast du halt noch diese Mikami-Komponente, ne? Was übrigens auch so geil ist, dass der Typ, der der Stellvertreter Gottes, also Kiras ist, Mikami statt Kami heißt. Oh, ja. Was auch, was halt sowas wie Schattengott, glaube ich, oder sowas bedeutet, was auch so, das ist auch wieder Symbolik mit der, äh, Brechstange so, weißt du? Aber es ist cool, weil der Typ sieht irgendwie wie El aus, aber er ist jetzt auf Lightseite. Das ist mir so geil, fällt mir auch gerade, er ist jetzt auf Light so, also lichtmäßig, ne, obwohl das absolute Gegenteil ist. Ja, ja, klar. Ne, aber, also die Stelle mit, sein Vater kommt ja jetzt, glaube ich, ne? Das ist ja gleich danach. Ja, ja, genau. Ey, insane. Also insane, wie der Vater, vor allem wie das verschnürt ist. Ich weiß nicht mehr, was war der Grund, warum er die Augen angenommen hatte? Ähm, weil sie wollten auf jeden Fall Mello töten und dafür mussten sie ja Staff Note benutzen und weil sie seinen Namen nicht kannten, musste einer den Deal machen und da stand ja die Regel drin, wer das Staff Note benutzt und dann nicht innerhalb von 13 Tagen weiter tötet, muss sterben. Das heißt, der Typ hat sich einfach breit erklärt, ich werde Mello töten und dann werde ich breitwillig, freiwillig selber sterben. Stimmt, da haben wir auch gerade drüber geredet. Die Iconic-Szene, wo Light und Misa getestet wurden und der Vater sich danach töten sollte, falls das Resultat falsch war. Ne, aber wie cool ist denn das, dass man halt eine gewisse, einfache Komponente hat, dass Lights Vater halt da ist und sich die Augen gönnt, dass man das so dazu benutzt, dass man halt diese ikonische Stelle hat, wie er im Krankenbett stirbt und dann noch in der letzten Sekunde sieht, dass sein Sohn Kira ist. Das ist echt. Er sieht es ja nicht. War das nicht so? Er sieht es ja nicht, das ist ja das Geniale. Nein, nein, das Ding ist ja, kurz vorher hat Light die Rechte an dem Buch abgegeben, damit es bei Mikami landet, damit sein Vater mit den Augen nicht sieht, dass er ein Death Note-Besitzer ist, weil dieser Fuchs daran gedacht hat. Ah, stimmt, das habe ich voll vergessen. Das macht noch keiner. Und dann sagt der Vater so, ich bin so froh, dass ich mit dem Gewissen sterben kann, dass mein Sohn nicht Kira ist. Boah, das Leid ist so ein Teufel. Ja, ja, einfach ein Bastard. Ja, ja, einfach böse. Ähm, und das Ding ist, er wollte ja noch seinen Vater auf seinem Todesbett dazu kriegen, Mellos Namen aufzuschreiben und er überlegt sich so, Moment, wäre das verdächtig, wenn ich ihn jetzt drum bitte? Und er so, nein, nein, ich bin ja jetzt gerade so ein verletzter Sohn. Und ich denke mir so, fucking Bastard, du bist komplett moralisch gerade über. Boah, Alter, Light. Das ist halt diese geile, deswegen ist dieser Abschnitt halt so nice, dass man halt noch solche Sachen hat, die Light so zeigen, weil alle noch so als unschuldig, ob es die ansehen, dass man noch sowas drin hat, das ist so unfassbar nice. Richtig gut. Ja, und du hast natürlich jetzt diese ganze Schose von wegen, es sind nur noch irgendwie, äh, Nier und, äh, Light über. Und Nier hat so seinen best Bro, Giovanni, oder Giovanni, ich weiß nicht mehr genau, wie es ausgesprochen wird, der dieses Death Note von Mikami kopieren soll. Mikami, der aber gleichzeitig ein Fake Death Note auf Lights, äh, Befehl hin angefertigt hat. Und du denkst dir, Light kann das gar nicht mehr verlieren. Und natürlich läuft es irgendwie darauf hinaus, dass menschliche Fehler von Mikami gemacht werden und nicht von Light. Und letztendlich das sein Verderben hervorbringen wird. Was für mich, meiner Meinung nach, das eigentlich kontroverseste, ähm, Ding in dieser gesamten Geschichte ist, dass Light letztendlich scheitert, weil er zu sehr auf einen Typen vertraut hat, den er noch nie persönlich getroffen hat. Weißt du, Mikami ist derjenige, der seinen Untergang hervorruft, einfach weil Light sich so selbstsicher war, dass er die perfekte Person ausgesucht hat. Das macht's eigentlich auch wieder geil, dass Light sich so, dass halt auch dieses Momentum, was aufgebaut wird, dass Light sich immer sicherer ist in dem, was er macht, weil er halt, wie gesagt, nicht geschlagen wurde. Äh, aber ja, ähm, ganz kurz nochmal, wir haben ja noch einen anderen Charakter gehabt, diese Frau, die wir eben angesprochen hatten, Taka, Takada, Takada, ne? Die war ja mit ihm auf der Uni, die waren mit ihm zusammen, glaube ich, und dann hat sie später für ihn an Mikami die Nachrichten weitergegeben, weil er sich hier wischen lassen wollte. Misschen hat aufgefallen, du hast ja auch Buckman geschaut, ich hoffe, einige haben hier auch Buckman geschaut. Ey, der Charakter, der ist ja eins zu eins, wie dieser Charakter aus Buckman, die nur auf Schuh, Takagi steht, Takagi hieße, die nur auf ihn steht, weil er halt schlau war. Das ist ja eins zu eins der gleiche Charakter. Ja, ja, sie hat kurze braune oder schwarze Haare. Aber auch vom Verhalten so, das ist ja fast identisch, nur halt in Death Note halt so übernatürlich, ist ja klar, aber von dem, wie es sich gibt, eigentlich super, super ähnlich. Ja, das ist halt, ich meine, wie gesagt, in Death Note verzeihe ich die ganze Nummer, aber in Buckman wird es halt irgendwie krass, vor allem, weil sie halt genau gleich aussieht, so, und vor allem auch den selben ernsten Charakter hat, so, ne. Und, streng genommen, die andere Wildcard, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist ja auch so ein bisschen Matsuda, die ganze Entwicklung, die er in dieser Serie durchmacht. Als ein Typ, der immer mal so ein bisschen durchschwinken lässt, dass er das, was Kira macht, eigentlich gar nicht so schlimm ist, findet, aber dann letztendlich auch der Typ ist, der wirklich leid durchballert, ey. Vielleicht so ein wenig Stimme des Zuschauer, dass man, dass man den so hat, dass er das, so, ja, aber hey, eigentlich ist das ja gar nicht so schlimm, weil die Verbrecher werden da hingerichtet, das ist doch ganz nice, dass man ihn die ganze Zeit hat, also, er wird einem auch sympathisch gezeigt, weil er halt eher so ein lustigerer Typ ist und wir haben ja auch diese eine Folge, glaube ich, mit der Jotsuba Group, wo er die infiltrieren sollte und dann wurde er gerettet, weil die seinen Tod gefakt haben oder so, irgendwie sowas. Er sollte das nicht, aber er hat sich selbst entschlossen, das zu tun und dann mussten sie seinen Arsch retten. Ja, genau, so war das. Also, auf jeden Fall haben wir, äh, ein bisschen mehr von ihm, als nur, dass er irgendwie dabei steht und nichts macht, weil ich glaube, wir haben bei der, bei der L-Gruppe einen so einen Typ, nicht Aizawa, nicht Matsuda, sondern so einen anderen Typen, der wirklich was gab. Mogi. Ja, ich glaube, der ist einfach nur da, um ab und zu ein paar Quests zu erledigen, aber sonst ist mit dem nichts los. Aber ey, eigentlich cool, wenn du so überlegst, Matsuda ist so, ähm, vielleicht die Sicht des Zuschauer, dass er derjenige ist, der am Ende den Schuss tätigt. So, dass der Zuschauer so weit ist, okay, ich kann das nicht mehr sehen mit Light, das muss jetzt bandet werden. Das ist halt auch das Geile halt, er ist derjenige, der meistens auf seiner Seite war und vor allem auch den echten Light tatsächlich mochte. Aber letztendlich der ist, der als erstes auf ihn schießt, während alle anderen den Schock stark gucken, wenn die ganze Lagerhallen-Action abgeht. Aber zu der ganzen Lagerhallen-Nummer. Ey, guck mal, wenn ich schon eigentlich im Nachhinein total krass, dass ich diesen Vergleich am Anfang gebracht habe, weil hier passt es viel besser. Das ist eiskalt einfach Dingens, Reservoir Dogs von Tarantino, weil der ganze Film auch in so einer Lagerhalle stattfindet, weißt du? Obwohl, ja, Tarantino stimmt, ja, muss vorlesen sein. Der ist aus den, ich glaub, der ist von 94 oder sowas gewesen, der Film. Und das ist halt so krass, du hast diesen finalen Showdown in dieser Lagerhalle, weißt du, Light wehnt sich, schon seines Säges sicher, so, er hat alles perfekt gelöst, er hat Takada entfernt, Misa kann ihm keine Gefahr sein, weil sie ihre Erinnerungen auch an das Death Note verloren hat. Es gibt keine Rem, es gibt keinen Mellow, es ist nur noch wirklich dieser kleine Pisanier, den er irgendwie entsorgen muss. Und er geht ja auch in diese Lagerhalle mit dem Gedanken, dass Mikami ebenfalls dazu stoßen wird und dann alle außer ihm töten wird. So selbstsicher ist er, dass er nicht denkt, dass Mikami ihn auch töten würde, weißt du? So selbstsicher ist, der Bruder. Und das ist halt auch krass, wie leichtfertig er halt seine Kollegen, seine japanischen Kollegen geopfert hätte. Sogar fucking Matsuda hätte er gekillt, Alter. Ja, und dann hast du auf jeden Fall diesen Shoutdown zwischen ihm und mir in dieser Lagerhalle, der eine Maske von L auch noch trägt, was nochmal so ein letzter Kick ist für alle L-Fanboys und Fangirls von wegen, hey, das ist der Nachfolger, ob es dir passt oder nicht. Und das Komische ist ja, dass die da ankommen und dann 30 Minuten warten, bis Mikami auftaucht. Die stehen da 30 Minuten in dieser Lagerhalle und keiner sagt was. Es ist aber, was ich an dieser Szene besonders nice fand, ist halt diese Sache, dass du, du hast nochmal hier in dieser Lagerhalle hast du nochmal so nicht alle, aber viele Facetten von Light. Dass du dieses Überhebliche hast, dass du dieses Ausrasten hast. Du siehst nochmal alles, bevor der Charakter komplett untergeht. Du siehst nochmal, wie verkommen er ist, als er wusste, okay, es könnte jetzt hier zu Ende gehen. Diese Lache allgemein von ihm, die ist ja, es ist mit das Ikonischste. Ich glaube, es gibt irgendwie ein Video Lights Lache in verschiedenen Sprachen und es hat auch super viele Aufrufe. Voll aufgeguckt. Es ist echt, ich wüsste nicht, wie ich ein Werk wie Death Note zu Ende gebracht hätte, aber ich finde, das haben die schon sehr, sehr gut hinbekommen. Weißt du, das Coole an der Lagerhalle ist ja auch irgendwie, dass da auch so symbolisch zwei Dinge abgehen. Erstmal hast du halt diesen riesigen Ventilator, der abgeht, der stehen bleibt, wenn Light halt in seiner Gedankenwelt ist und so. Das ist halt ein cooler Visuelle Effekt. Aber ich glaube, was hier so als Ortschaft besonders wichtig ist, du hast ja am Anfang der Serie immer diese mentalen Duelle zwischen Light und L, die halt an so fiktiven Fabrikorten stattfinden, weißt du, wo sie auf verschiedenen Ebenen sind, so mal ist Light auf einem Turm und mal ist L irgendwie, keine Ahnung, auf einer Treppe oder so, weißt du? Und genau, 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 im Opening hast du auch, glaube ich, so ein Ding, so ein Zugtunnel und so weiter und hier hast du halt einen großen, weiten Raum, wo alle auf derselben Ebene sind, weißt du? Das heißt, Light kann sich hier nicht verstecken, weißt du? Hier trifft quasi Herz auf Herz, weißt du? Der böse Wicht trifft auf den, ja, auf den Guten, auf den Ehrlichen gerade, auf Augenhöhe und es ist dann eine dritte Partei, die dazukommen muss, um überhaupt dieses Gleichgewicht zwischen den beiden aus den Fugen zu bringen, weil Mikami kommt ja nach 30 Minuten dahin, sieht mit seinen Shinigami-Augen, okay, ich kann folgenden Namen lesen, folgenden nicht, Light kann ich nicht lesen, also es ist er Gott, er schreibt die Namen auf und da ist schon diese Genialität, das ist Folge 36, die vorletzte Folge, nämlich da, wo Nier, die japanische Polizei, beruhigt von mir, keine Angst, keiner wird sterben, wir haben das Death Note präpariert und Light sagt so, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, und er erklärt diesen ganzen Plan, dass er alles durchschaut hat und diese Windmühle, nicht diese Windmühle, dieser Rotator bleibt stehen und er erklärt diesen ganzen Plan mit dem Death Note, das er ausgetauscht hat und dass die doch alle sterben werden und Light, der Bastard, wie er ist, er kann sich das Lachen nicht verkneifen, von wegen, boah, ich hätte nie gedacht, dass es so schwer wäre, nicht zu lachen, ich warte jetzt noch 35 Sekunden und dann so in den letzten drei Sekunden sage ich, dass ich gewonnen habe. Das war glaube ich die arroganteste Szene von ihm, der hat sich richtig geschoben. Wie viel anders diese Serie einfach wäre, wenn Light einfach die Fresse gehalten hat, aber nein, er ist halt der Bösewicht, er muss das halt bringen und ich finde das gut, ich finde das absolut gut, dass er es getan hat. Es ist einfach so menschenveranlagt. Ist zwar extremer in Deathmode, aber viele würden wahrscheinlich ähnlich handeln, wenn die sich so, wenn die sich selbst etwas Besseres ansehen würden und sich so ihrer Sache sicher wären. Ey, du musst das aber aus seiner Perspektive sehen. Guck mal, das sind sechs Jahre vergangen, seitdem er L gekillt hat. Kira ist mittlerweile eine Religion geworden und wird von den USA anerkannt, wie am Anfang des Timeskips gesagt wird. Der Typ, six years in a row, nothing but win. So weißt du, der konnte einfach nicht aufgehalten werden. Natürlich denkt er, dass er jetzt auch gewinnen wird. Ich put diese Golden State-Mentalität. Ja, ja. Nothing but win ist so. Und dann ist es halt Mikami, der Mist gebaut hat, weil er tatsächlich Takada getötet hat mit dem eigentlichen Death Note, obwohl Light dachte, dass das sein Job wäre, weil er ja auch ihren Namen eingetragen hat und dadurch, dass Mikami seine normalerweise penible Routine unterbrochen hat, um dieses echte Death Note nochmal zu nehmen, wusste Nier, Okay, es gibt noch ein zweites Buch mindestens und so sind sie in das eigentliche Teil rangekommen, was dann Light das Genick bricht. Und dann hast du halt diese ganze Nummer von wegen, okay, Light gesteht, dass der Kira ist, er hat die psychopathische Lache, Matsuda schießt auf ihn, weil Light versucht mit seiner Uhr mir zu töten und das ist super genial, in wie viel Agonie und in wie vielen Qualen Light hier gerade zu Ende geht, nämlich dass er von Matsuda erschossen wird, dass er da auch wirklich sich im Dreck und im Wasser wälzt, ne, das war tatsächlich damals, als es rauskam, sogar ein Meme im Manga, da gab es so ein Meme, das hieß irgendwie, Look how good I can swim und dann haben sie diese Szene, wo er halt sich da im Wasser wühlt aus dem Manga zu so einer Schwimm-Gift irgendwie umgeändert und das ist halt, und das ist das Geniale hier, dass du den Typen, der eine Folge vorher noch seines Sieges so sicher war, absolut erniedrigt vorfindest. Das ist auch nötig, das ist auch definitiv nötig für so einen Manga, dass du dem so ein Ende gibst, also damit du auch, sagen wir mal, moralisch ein gutes Ende für den Zuschauer hat, dass man sowas sieht. Es ist aber wichtig bei dieser Geschichte, dass man am Ende sieht, dass es halt, dass es halt nichts Gutes ergeben wird, dass man im Endeffekt immer, wenn man so handelt, wie Leid gehandelt hat, derjenige ist, der kein gutes Ende nehmen wird und es gibt auch diese Szene, wo er wegrennt und wo wir sehen, dass der Schülerleid so an ihm vorbeigeht, mäßig, was auch nochmal zeigt, so, dass im Leben Sachen passieren können, die dich in eine komplett falsche Bahn werfen, die dich komplett in eine andere Richtung packen und das ist von der Ebene super gemacht vom Ende her, dass man Leid hat, dass er an einem verlassenen, alten Ort alleine krepiert, weil er dann das bekommt, was er mäßig verdient hat. Also, ja, im Anime, ne? Und das ist ja auch so, dass er da auf einer Treppe letztendlich stirbt, nachdem Ryuk seinen Namen reinschreibt, was auch wieder die letzte Symbolik dieser Serie ist, nämlich das Leid auf seiner Treppe stirbt, was so symbolisieren soll, dass er halt in so einer Zwischenstufe gefangen ist. Er kann weder hoch noch runter, also er kommt weder in den Himmel noch in die Hölle. Er ist dazwischen einfach gefangen und da stirbt er. Ja, es ist auch definitiv stark und es gibt tatsächlich hier sehr viele Kontraste zu dem Manga-Ende. Zum einen, zum Beispiel im Manga wird auch klar gesagt am Ende von Ryuk, dass es gar keinen Himmel und keine Hölle gibt. Also, dass das nicht... Ah ja, das habe ich noch gehört. Also, ne? Dass das halt wirklich kein eigenes Ding für Leid ist, sondern dass das von Anfang an klar, weil das, glaube ich, in der letzten Folge auch so als Title Card in der Mitte gezeigt wird, jeder Mensch landet irgendwann in Mu und Mu ist dann das Nichts. So, ne? Und im Manga ist es ja auch so, dass es dieses ganze Leid rennt aus der Lagerhalle raus und so weiter, dass es das alles nicht gibt, sondern dass er sich halt wie in dem Anime halt wirklich im Dreck wälzt und Mikami sagt, ey, Mikami, was tust du da? Töte doch endlich alle und Mikami ihm dann halt wirklich rotzfrecht sagt, hey, wie soll ich dich denn töten? Du hast doch gerade mitbekommen, dass ich keinen Death Note habe. Du bist gar kein Gott, du bist ja einfach nur dumm. Weißt du? Also, Dings, Mikami tötet sich im Manga nicht und dann das Letzte, was Leid dann halt sieht, ist halt, dass er Ryuk anschaut und sagt, stimmt, Ryuk, du bist ja auch noch da. Bitte töte meine Feinde. Ryuk sagt kein Wort, packt seinen Death Note aus, schreibt was auf und Leid lacht mir ein finales Mal aus von wegen, haha, 40 Sekunden von jetzt wirst du sterben, und Ryuk sagt ihm dann ins Gesicht, nein, Leid, in 40 Sekunden wirst du sterben. Ich hab deinen Namen reingeschrieben und dann zeigt er halt das Death Note, wo sein Name drin steht, ne, und er sagt, ich kann das auch nicht mehr wegradieren, also das ist jetzt, das steht fest, in 40 Sekunden wirst du sterben. Das war dir, Gummi gab es nur One-Shot. Das wär ganz nice gewesen jetzt. Genau, und es ist halt wirklich, die letzten 40 Sekunden von Leids Leben im Manga realisiert er, dass er gleich sterben wird und er hat halt super viel Schiss. Und das ist halt super interessant, hab ich mich halt immer gefragt, warum wurde das wohl geändert? ich meine, vielleicht ist der Haupteffekt von wegen, hey, wir wollten sogar die Manga-Leser irgendwie überraschen, aber jetzt, wenn du es auch so hörst, was liegt dir da eigentlich mehr? Was findest du besser? Ich muss doch nicht sagen, ich find beides gut. Ich mag dieses Wecklauf von einer Treppe, das gefällt mir sehr. Aber ich mag auch den Throwback mit Ryuk, das ist ja das Main-Ding von Ryuk, dass er meint, wir sind weder, Freund noch Feind so. Ryuk ist einfach nur quasi Beobachter. Ich mag das, dass man halt dann Ryuk in dieser finalen Szene hat, dass er dann Leid das Ende beschert. Aber ich find beides gut. Ich muss wirklich sagen, ich bin ein Fan von beiden, weil ich zum einen das geil finde, wie Leid da so absolut verzweifelt rausrennt und wir nochmal sehen, weil wir als Zuschauer brauchen wir so ein Ende. Wir brauchen so ein Ende, wie er absolut leidet, damit wir mit einem mit einem positiven Gefühl aus der Serie rausgehen können, weil sonst, stell dir mal vor, Leid hätte gewonnen, das wäre schon ein mieses Gefühl gewesen. Ey, Alter, ich hab vorgestern ein Reaction-Video von der finalen Folge gesehen, wo die Leute wirklich unzufrieden waren, das Leid verloren hat am Ende. Ja, aber das wäre schon ein komischer Geschmack gewesen, wenn er gewonnen hätte. Hä, ich denk mir auch so, was ist denn hier die Botschaft so? Ich meine, der Typ, und das ist ja auch das Geile am Manga, dadurch, dass Kira halt sechs Jahre lang quasi regiert hat, also niemals gepackt wurde, hört der Manga halt damit auf, dass das aller, allerletzte, was wir in der Serie sehen, erstmal einmal ein Erwachsener, Nier ist, der jetzt der neue L geworden ist und dass eine junge, blonde Frau, von der ich annehme, dass sie mieser ist, aber es wird halt nicht gesagt, das ist nur eine blonde Frau, quasi eine Sekte oder eine Kirche von Kira-Jüngern anführt, weißt du? Und dass Kira tatsächlich eine Religion geworden ist und die Tatsache, dass er halt nach mehreren Jahren niemanden mehr getötet hat, so gewertet wird, von wegen, Jesus ist tot, er ist für unsere Sünden gestorben und wir müssen sein Werk weiterführen und das ist eigentlich super gruselig, wenn du so darüber nachdenkst, weil das sehr viel über religiösen Fanatismus so aussagt. Ja, es ist wieder menschlich, aber auch muss man sagen, wenn man, ja, ist halt so, ne? Und das fand ich persönlich auch immer irgendwie geil halt, weil es wirklich gruselig ist. Das Ende, das wäre, das wäre ein geiles Ende nach den Credits gewesen. Ich sehe das auch gerade mit dem Manga, mit der, mit der Sekte, weil das auch ultra, ultra düster gezeichnet ist, mit, also es wäre schon stark gewesen, weil es, es zeigt diese Dualität von Death Note, dass man halt den Sieg hat für die, für die Polizisten, für die Direktive, aber auch wenn, wenn sie gesiegt haben, so der Schaden, der verrichtet wurde, der ist halt immer noch da, der ist nicht einfach so weg und genau das ist auch wieder menschlich und realistisch, dass auch wenn die gewinnen, es ist zwar ein Titel aus der Show und ein Jump, aber auch wenn die gewinnen, es ist nicht alles Friede, Friede oder Eier gucken, so, es ist immer so ein, so ein Ding, dass es immer Schäden geben wird von dem, was getan wurde. Ich hab mal, ich glaub, ich hab das gestern irgendwo gesehen, da gibt's so ein Interview mit dem Autor, mit Sugimi Oba, der halt irgendwie sagt, für ihn war es halt wichtig, in Death Note irgendwie zu vermitteln, wie vergänglich das Leben sein kann, deswegen wollte er eine Kraft in diese Story einbauen, die einem das Leben sehr schnell und schmerzlos nimmt und dass die Botschaft da drin halt irgendwie war, hey, die Botschaft ist hier ganz deutlich, wenn du dich gut benimmst, kommst du nicht in den Himmel, wenn du dich schlecht benimmst, kommst du auch nicht in die Hölle, aber alles dazwischen solltest du irgendwie nutzen, weißt du, du solltest wirklich dieses Carpe Diem-mäßige Nutze den Tag irgendwie auskosten und wirklich deine Zeit sinnvoll nutzen, um aus deinem Leben das Maximum rauszuholen, weil du siehst halt, dass sich Leid einem 100% bösen Guten, so widerspricht das klingt, verschrieben hat und am Ende hat es ihm nichts gebracht, weil am Ende landet er ihm nichts und dass so seine Botschaft halt irgendwie war, ey, nutzt einfach die Zeit, die ihr auf Erden habt, damit ihr tatsächlich wenigstens auf der Erde etwas Positives bewirbt. Es sei denn, du gehst nach Death Parade-Lore, weil dann lebt er noch. Nee, aber ey, starker Punkt auf jeden Fall, wie gesagt, es ist halt dieses, das ist halt doch ein Death Note, du siehst ja diese Gefängnis-Szenen, wie die, wie die Leute so einfach voll schnell wegsterben, so wie vergänglich das sein kann mit dem Leben, deswegen, ich denke auch, das war wahrscheinlich die, hast du ja gesagt, die Outdoor-Intention, dass man, dass Death Note etwas sehr schnell tötet, ohne irgendwie jetzt, ähm, groß was zu machen, sage ich mal. Also die meisten Leute sterben ja schnell, so, wie fliegen, so, und genau das, darum geht's halt, dass es halt, das Leben so, so vergänglich ist, was die Serie sehr gut zeigt und auch mit Leid, dass es sich halt dem verschrieben hat, dass es so ein eigener Gott ist, aber im Endeffekt hat es ihn, ja, in sein Verderben gestürzt. Und genau, guck mal, halt überlegen wir mal, wie viele so interessante, wirklich moralische Diskussionen hier eigentlich möglich sind, wegen den Protagonisten, wegen dem, was hier Antagonisten sein sollen, aber eigentlich die Helden sind, so, weißt du, und wie viel du generell mit dieser Death Note Thematik generell machen kannst, ich meine auch dieser, äh, letzte moderne One-Shot, der Donald Trump, äh, One-Shot, hat ja nochmal bewiesen, dass es diese ganze Death Note Thematik fast, ich glaube, es sind fast 15 Jahre später, immer noch einen modernen Touch verpassen kann, weil sich durch Social Media die Gesellschaft so verändert hat, dass auch Moral nochmal eine ganz andere Dynamik hier auf einmal annimmt, weißt du, wo du dir denkst, fuck, dieses Bild, wo Donald Trump das Death Note annimmt, das ist eigentlich super gruselig. Das stimmt schon, aber bei Death Note ist es auch, es ist halt, das Coole, dass du hast halt Leid, du hast L, sowas, oder allgemein Leid ist ja das größte Thema mit der, mit der Menschlichkeit und mit dem, wie man Gefühlslagen zeigen kann, aber du hast auch so ganz einfache Sachen, wie die Polizisten, die alle den Job gequittet haben, weil die, glaube ich, Angst hatten vor Kira, das war doch so, oder? Ja, ja, genau, die meisten Polizisten haben gequittet. und daran siehst du ja auch, zum einen, du musst dieses Monster stoppen, also, wenn man es mal auf Real Life überträgt, aber zum anderen, du willst ja nicht dein eigentliches Leben dafür opfern und deswegen nimmst du das hin und quittest. das ist auch wieder so eine kleine Sache, die eigentlich voll viel Impact hat. Ja, und dann hast du noch die Situation, dass irgendwann die Leute sich auf die Seite des Mörders schlagen und auf einmal dich antagonisieren, weißt du, wo es heißt, warum legt ihr euch eigentlich mit unserem Herrn an? Das ist es auch immer, dass es immer eine Gruppe von Menschen geben wird, auch wenn viele Menschen sterben, die das trotzdem gut reden werden. Wie gesagt, es sind Verbrecher und so, aber es ist auch nicht so einfach, die dann alle umzubringen. Alter, wir haben gar nicht über das wahre Böse in dieser Serie geredet, Sakura TV, Alter. Das ist auch so real shit, ey. Das ist einfach Fox News, Alter. Wie die das ausgeschlachtet haben und wie die auch immer gehypt waren, dass sie da, ja man, er bringt mal wieder welche um, die Einschaltquoten steigen wieder richtig. Überleg mal heute, wenn wirklich die mit Defnot noch ein bisschen weiter das Wort setzen, was die aus YouTube machen würden. Die würden richtig durchdrehen. Boah, Digga, YouTube, Facebook und Bild TV oder wie das heißt, ne? Also, was für moralische Abgründe sich da auftun würden. Auf einmal würdest du jeden Tag in der Bild von irgendwelchen Typen auf der Titelseite lesen, von wegen, verdient dieser Typ dessen Namen und Gesicht ich zeige den Tod? Tausend Videos. Weißt du? Tausend Videos. Die versuchen, die Identität von Kira aufzudecken. Oder irgendwie Top 10 potenzielle nächste Opfer von Kira. Ey, das würde es legit geben und das wäre so was von weird, Alter. Oh Mann. Das ist halt echt heftig, so. Boah. Ey, Death Note. Deswegen. Ja, wie gesagt, das haben wir schon Anfang gesagt. Wenn Death Note heute glauben wäre, es wäre so was von wild. Das wäre die wildeste Timeline überhaupt. Deswegen bin ich halt immer so ein bisschen überrascht gewesen. Also Death Note hat ja ein paar Sequels, hauptsächlich aber Live-Action-Sequels. Und die gehen ja in so eine ganz andere Richtung. Zum Beispiel, ich glaube, das aktuellste war irgendwie so ein Zehn-Episode-Ding oder so, so Live-Action-Ding, wo eine Gruppe von Leuten, also mehrere Death Notes irgendwie gefunden hat und sich dann wirklich so plätten und endmäßig gegenseitig in so einem Death-Match versuchen gegenseitig zu killen. Und ich habe mich halt immer gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass aus diesem Franchise eigentlich nicht viel, viel mehr geworden ist, als es eigentlich ist? Es bietet sich ja förmlich dafür an, so alle fünf Jahre so ein Spin-Off daraus irgendwie rauszuholen, weißt du? Stattdessen kriegen wir so einen komischen Hollywood-Live-Action-Film, wann war das? Vor zwei Jahren oder so? Ja, ich habe so zwei Jahre her, kann das sein? Schon nicht was länger her. Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Ja, das war schon, es ist halt Live-Action, aber ich glaube, wir sollten das schnell vergessen, denn Freunde, es werden sehr böse Zeiten auf uns zukommen. One Piece, Naruto, es kommen sehr viele Live-Action-Adaptionen auf uns zu und ich habe sehr, sehr große Angst davor. Also, ich möchte keinen CGI-Shopper sehen, da habe ich sehr, sehr große Angst davor. Aber ich muss sagen, dieser Death Note-One-Shot, der war ja auch so ein bisschen in der Kritik, weil viele Leute unzufrieden waren, aber ich denke mir immer, Leute, es ist ein One-Shot und der One-Shot soll nur also ein One-Shot dient nur dazu zu zeigen, ob das ganz interessant sein kann, ja oder nein und das war es für mich auf jeden Fall. Also, es hat Potenzial. Deswegen, ich bin gespannt, ob da noch was kommen wird, weil, ich weiß nicht, Platinum End ist nicht, ist glaube ich nicht so erfolgreich, die neueste Serie von den beiden. Es ist auf jeden Fall nicht so gehypt. Wobei, in Anime kann wieder vieles ändern. Ich fand den Anfang gar nicht so schlecht von Platinum End. Ja, same, ich finde den Anfang gut, aber das verliert sich halt irgendwann für mich. Man muss aber auch dazu sagen, Platinum End ist die erste Serie von den beiden, die im Monat nicht erscheint. Also, ich glaube, das hat auch so ein bisschen Einfluss darauf, wie das so rüberkommt. Weil das wöchentliche Ding hatten die beiden auf jeden Fall drauf mit Bakuman und Death Note. Das kann man, glaube ich, nicht leugnen, egal wie man zu den beiden Serien steht. Und ich will halt nur sagen, ich persönlich, ich liebe Death Note. Weißt du, ich könnte mir noch hundertmal irgendwelche neuen Reactions davon reinziehen, weil diese Schlüsselmomente, die ballern einfach jedes Mal. Und ich finde das auch, auch wenn ich manchen Leuten nicht zustimme, die sagen halt, Light hätte am Ende gewinnen müssen. Es ist immer noch eine interessante Diskussion, die man führen kann. Ach so, ja, klar, natürlich. So, ich finde das legitim, das irgendwie zu diskutieren. Ich finde das zwar dumm, aber mein Gott, jedem das sein und so. Hauptsache, das passiert nicht in echt so. Weißt du? Und ich finde es halt immer so ein bisschen komisch, oder beziehungsweise, ich finde es da straight up scheiße, wenn du halt immer diese typischen edgy Kommentare bekommst, von wegen, äh, Death Note ist überbewertet, es ist eigentlich gar nicht so gut, es ist gar kein Meisterwerk und es ist ganz bestimmt nicht der beste Anime aller Zeiten, dies, das. Und ich denke mir so, Digga, selbst wenn es nicht der beste Anime aller Zeiten ist, erstens, wer ist das schon? Es ist immer noch ein Meisterwerk und ich finde, alleine darüber zu diskutieren, dass es kein Meisterwerk sein soll, ist absurd. Also das finde ich schon ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, weil es schon so fern von den Qualitäten dieser Serie irgendwie ablenkt, die offensichtlich vorhanden sind, weil das Ding ist, du musst nicht halt immer sagen, alles, was erfolgreich ist, ist auch gut, aber alles, was erfolgreich ist, ist aus irgendeinem Grund erfolgreich. Ja, das ist ich genauso. Ich sage immer ganz gerne, für mich ist es immer das Dragon Ball Prinzip gewesen, jetzt aktuell das One Piece Prinzip. One Piece Hate ist insane, One Piece Overhypen ist auch insane, ich weiß, Leute, bleibt ruhig, keine Sorge, aber One Piece Hate ist insane. Es ist unglaublich, wie One Piece, ich vergleiche es mit One Piece, weil es halt das Aktuelle ist und One Piece macht so viel absolut geil, ihr müsst die Serie nicht mal mögen, aber man muss ja wertschätzen, was One Piece ist, so an sich. Das gleiche gilt für Death Note. Ich weiß nicht, es ist irgendwie immer so, aber es ist auch klar, dass es in der Anime-Szene so ist, weil wir gucken halt alle die Serien und man möchte halt immer gerne vergleichen. Alles, was irgendwie erfolgreich, populär, gut war, wird irgendwann nach einer Zeit, wenn Gras drüber gewachsen ist, immer irgendwie gehatet. Das ist halt, oder ich würde nicht sagen gehatet, ich würde sagen underappreciated. Es wird ja gesagt, dass es nicht so toll ist und so. Dann werden kleine Fehler genitpickt von Death Note, dass das ein bisschen unlogisch war oder das ein komisches Verhalten war, was ich immer ein bisschen schwierig finde, weil Death Note macht fast alles richtig, muss ich sagen. Natürlich, das darf man auch nicht vergessen, es ist immer noch eine Geschmackssache, wenn du nicht mit der Serie so, wenn du da keinen Spaß dran findest, so ist dein Ding, ist doch gar nicht schlimm oder so, überhaupt nicht. Aber wie du sagst, Death Note, nichts, für mich hat nichts von dem, was Death Note als Serie ist, für mich hat nichts Death Note gereacht seitdem. Keine Serie kann, keine Serie kann mir den Death Note Vibe geben. So. Das ist, ich finde Naruto zum Beispiel richtig nice, aber es gibt, und Naruto wird auch immer einer meiner absoluten Lieblingsserien sein, es ist auch kein Naruto Slender, aber es gibt einige Serien, die mir einen ähnlichen Vibe geben können, zum Beispiel. Ein Death Note Vibe kann ich so nicht bekommen von keiner Serie. Promise Neverland vielleicht ein bisschen, aber Death Note ist dann auch für mich weit superior. Da wollte ich die Frage, hast du jemals den Manga The Liar Game gelesen? Nee, aber habe ich schon mal gehört. Ja, also ich würde sagen, das ist, also für mich persönlich, das ist das Einzige, was an Death Note reinkommt, weil es hat mir fast denselben Vibe gegeben, nur mit mehr horrorpanischen Elementen, weißt du? Weil du halt auch diese Konstellation hast, du hast einen super Genie a la L, weißt du? Und du hast auch immer dieses moralische, sollte man das tun, sollte man das nicht tun, aber in Kombination mit wirklichen Death Games, weißt du? Also ich würde dir das empfehlen, also es klingt für mich so, als würdest du diesen Manga sehr genießen. Nee, ich mag sowas eigentlich. Ich mag allgemein tatsächlich auch die Horror-Facette von Manga, also nicht, also Horror-Manga sind ja so ziemlich Knee-to-Jumpscare-mäßig oder so, aber Horror-Manga können einen richtig geilen Vibe geben. Und dann noch mit Death Note, ich denke, das ist schon nice. Ich glaube, das wird dir wirklich gefallen, du sollst das echt mal probieren. Abschließend will ich nur noch sagen, halt wirklich, Leute, es ist ein bisschen absurd, also ich meine, keinem kannst du vorschreiben, dass du Death Note nennen musst. Nee, überhaupt nicht, klar. Aber komm, aber komm, lass diesen Kindergarten von wegen, ja, kein Meisterwerk, dann nenn es nicht Meisterwerk, aber es ist immer noch eine Top-Serie. Weil ich hab das wirklich voll oft, Raffi, allein in diesem Jahr, in diesem fucking Corona-Jahr 2020 gehabt. Ich hab das so oft gehabt, dass mir Leute erklären mussten, warum es falsch ist, dass ich Death Note als Meisterwerk ansehe. Wo ich mir denke, so erst einmal, Kumpel jedem, wie er will, so, weißt du, manche Leute genießen Pre-Cue, so, ich respektiere das. Ich mag halt Death Note, so, weißt du, erstens das. Und zweitens, wir haben hier, glaube ich, 90 Minuten erklärt, was wir an dieser Serie mögen. Und das ist auch nur eine kurze Serie. Du kannst dieser Serie ja nicht mal vorhelfen, dass sie irgendwie alles zu lang streckt oder so, weißt du? Wir reden hier maximal vielleicht über drei Folgen zu viel. Höchstens. Eigentlich bist du nach ein paar Folgen schon ultra hooked. Jaja, ich wollte es gerade sagen. Und es gibt so viele Dinge, die diese Serie richtig macht. Und es gibt so viele Dinge, die diese Serie individuell macht. Wo du, es hat ja seinen Grund, dass du das in vielen Mainstream-Sachen nicht findest. Es ist halt hart. The Liar Game, Alter. Wie viele Leute kennen diesen Manga, weißt du? Das ist halt total Nische. Ich bin halt 100 Jahre alt. Ich kenne das. Aber frag mal einen 16-Jährigen, ob er diesen Manga überhaupt noch kennt, der ja mittlerweile, glaube ich, abgebrochen ist oder zu Ende gegangen ist. Und das meine ich mit, Leute, gucken erst einmal, was hat diese Serie versucht und konnte diese Serie das tatsächlich umsetzen? Und komm nicht mit dieser Kack-Internet-Analytiker-Scheiße, von wegen, öh, da stecken so viele Plotholes drin und so weiter. Bro, ich garantiere dir, nichts, was in dieser Serie passiert, ist so schlimm, dass du dir deswegen den Kopf zerbrechen musst, dass du sagst, ich kann das jetzt nicht mehr genießen. Nein, nein. Als Leiter das Tennis-Match gewonnen hat, war alles durch vorbei. Nein. Ja, es ist aber auch so dieses, wer sucht, der findet auch, ne? Also, wer sucht, der findet auch. Es ist halt so, die Sache, dass man, also das Problem ist, glaube ich jedenfalls, viele wollen nicht mal so per se sagen, Death Note ist jetzt schlecht, weil ich das will, sondern, hey, Death Note ist gar nicht so cool, können wir bitte über meinen Titel ABC reden, der super, super toll ist und der nicht viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz oft, dass man halt, das ist ja sowieso das größte Ding immer, dass, wenn einer eine andere Meinung hat, dass man sofort, dass ich gegen, weiß ich nicht, dass man sofort so, Goku, Vegeta-mäßig die Fäuste rausholen muss, das verstehe ich auch nicht gerne. Also, ich muss auch aus persönlicher Erfahrung sagen, jedem, wirklich jedem, den ich Death Note empfohlen habe, der hat das gefeiert, aber ultramäßig, nicht so, war okay, sondern, Bruder, das war ja mal richtig nice. Same. Das war mir auch bei Hunter Hunter so, aber mein Bruder hat dann ein bisschen, äh, miese gemacht, weil ihm das nicht gefallen hat, bis Folge, bis Folge 90 oder so, bis vor dem Kiting, ja, da konnte ich ihn nicht weiterbringen, ich schaffe das doch irgendwann, aber ist, ist egal, was ich meine, selbst er, Death Note absolut, absolut iconic, so, und das ist halt mit jedem so, ich kenne nie, auch YouTube-Kollegen, Kollegen allgemein, ich kenne niemanden, der Death Note nicht mag, jeder mag Death Note, jeder. Es ist halt so ein Ding, ich bin mit niemandem befreundet, der Death Note nicht mag, aber ich kriege halt immer diese, aber ich kriege halt immer diese schlechten Takes unter meinen Post irgendwie gepostet und ich denke mir so, wieso ziehe ich ausgerechnet euch an? Das Ding ist, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr jemand seid, der Death Note wirklich aktiv schlecht findet, ich weiß nicht, ob ich es interessant fände zu erfahren, warum, aber mach mal den Versuch, erklär mal, warum diese Serie angeblich nicht so gut sein soll, okay? Vielleicht lerne ich ja was Neues dazu, außer dass es die Machtfantasie von einem 16-Jährigen sein soll. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass wir das so betrachten, ist ja trotzdem das, was passiert, die Kniffe in Death Note, allein schon deswegen wert, das Nice zu finden, finde ich. Auf jeden Fall, und dann, du hast im Anime gutes Directing, weil das ist auch so eine Kritik, die ich nie nachvollziehen kann, dass der Anime langweilig sei, die Musik ist ballert, die metaphorischen Bilder ballern. Ihr müsst es aber im Kopf behalten, ne? Der Typ packt einen Kugelschreiber aus und die schaffen das so zu machen, dass das absolut Hype-mäßigste überhaupt ist. Bruder, der isst Chips und das ist der größte Hype. Ich esse Chips, keinen Juckis. So, weißt du? Erstens das und dann der Manga hat noch mal eine krassere visuelle Ästhetik, die du im Anime nicht bekommst. Das heißt, du hast ja sogar noch den Vorteil, dadurch, dass du ja auch ein anderes Ende im Manga hast, dass du zwei Medien parallel genießen kannst und kriegst aus beiden unterschiedliche Erfahrungen raus. Wie geil ist das denn? Ja, aber wie gesagt, lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, warum findet ihr Death Note entweder überbewertet oder noch mehr, was fandet ihr an Death Note so geil, was wir vielleicht hier nicht angesprochen haben in unserem Hype und in unserem Erklärungsversuch, warum die Chipszene eigentlich das größte Meisterwerk überhaupt ist. Raffi, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich will nochmal sagen, dass die Hubschrauber-Szene die geilste Szene ist, weil es einfach insane war. Watari, der Gold, Watari sowieso best, aber, ey, Watari ist so geil, obwohl er eigentlich so, ich weiß nicht, gut, er ist der klassische Butler-Dude, das funktioniert eigentlich generell immer ganz gut, dass dieser Charakter ... Bruder, sag nicht, der klassische Butler-Dude, hast du mal Batman-Butler gesehen? Alfred, der hat nie sowas gebracht. Das stimmt schon, was das angeht, das war doch schon eine Ecke geile. Ey, aber mir fehlt auch eine Szene, wie L auch Leid gedribbelt hat mit dem Handy, dass er das Handy bekommen hat von Misa oder so. Oh ja, als er Misa an den Arsch gedrückt hat. Ja, es sind diese kleinen Szenen, die auch so absolut nice sind. Ich liebe Defna einfach, Defna ist richtig geil. Ja, ich würde mich interessieren, und jetzt ganz ehrlich, wer von euch wollte wirklich, dass Leid am Ende gewinnt, da würde mich interessieren, wie viele Leute das so sehen. Ja, 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 ich habe Angst, dass diese Zahl ein bisschen hoch ausfallen könnte, wenn sie erhebt sind. Ja, aber lasst uns das auf jeden Fall wissen, ich bin mega gespannt, was so eure Meinung ist. Danke, Raffi, dass du die Zeit genommen hast, mit mir über Defna zu reden, weil es war nötig, Bruder. One Piece ist geil und so, aber manchmal muss auch sowas raus. Okay, gut, das wäre es von uns. Raffi ist natürlich ebenfalls ein YouTuber. Bitte abonniert auch seinen Kanal, da habe ich alles verlinkt und so in der Beschreibung. Und wir hören uns dann das nächste Mal, ich weiß nicht, was das als nächstes als Reihenfolge ist, aber Raffi habt ihr noch nicht das letzte Mal auf diesem Kanal mitbekommen. Ich sage, jo, ich sage ciao, tschüss, macht's gut. Meist das Video, tschüss. Schönen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020